Alpharone. Buch 2. Tollwütige Staaten. Geschrieben von Scott Malbury. Erzählt von Kai Kowala. Folge 1. Kapitel 1. Krawney erreichte die Brücke, als Dustin und Tyson, die auf den Pylonen links und rechts der Brücke in Stellung gegangen waren, begannen, systematisch auf die ankommenden Feinde zu schießen. Teddy entdeckte er auf halbem Weg über die Brücke, wo er gerade die letzten Zivilisten dazu aufforderte, ihre Ärsche in Bewegung zu setzen. Also wandte er sich zwischen den dicht getränkt stehenden Autos hindurch. Der starke Benzingeruch drang ihm in die Nase. Der Käpt'n kam schlitternd zum Stehen und schaute an Teddy vorbei zum Bus, der die Autos an der Durchfahrt gehindert hatte. Er schätzte die Distanz ein. Es waren etwa 14 Meter. Vielleicht genug für sein Vorhaben. Krawley! schrie Teddy, als die letzten Zivilisten in den Schulbus stiegen. Was zum Teufel machst du da? Bring den Rest der Männer über die Brücke, Teddy. Du musst das Kommando übernehmen. Für den Fall, dass es schief geht. Er zog sein Messer heraus und näherte sich einem der Autos. Er kniete sich hin, griff darunter und stach zu, bis er die Kraftstoffleitung durchstach und spürte, wie die glitschige Flüssigkeit auf seine Hände tropfte. Er drehte das Messer, bis das Loch groß genug war und das Benzin auf die Fahrbahn spritzte. Das Bellen von Hunden drang nun an ihre Ohren. Krawley! Wir müssen uns zu den anderen zurückziehen! Krawley ignorierte ihn. Dustin! Tyson! Das ist momentan genug. Zieht euch zum Bus zurück. Dustin, halt eine Leuchtpistole bereit! Teddy O'Connor, der nun die Absicht seines Vorgesetzten durchschaute, lief an Krawley vorbei und kletterte auf die Motorhaube des Chevy. Ich gebe dir Deckung, bis sie bereit sind. Verstanden. Krawley zog eine Feldflasche aus seinem Rucksack und leerte das Wasser auf die Straße, während er zum nächsten Fahrzeug lief. Er kniete sich hin und durchstach auch den Tank dieses Fahrzeugs. Diesmal füllte er die Feldflasche, bevor er das Benzin auf die Fahrbahn laufen ließ. Die Benzinpfütze wuchs um ihre Füße herum, während die Sekunden vergingen und die Geräusche der Hunde lauter wurden. Thaddeus feuerte ein paar Schüsse ab. Für richtige Treffer waren sie noch zu weit weg, aber mit etwas Glück konnte er vielleicht ein oder zwei von ihnen erwischen. Krawley rannte zu dem Auto, auf dem Teddy stand, und begann an dessen Tank zu hantieren. Und Krawley! rief Thaddeus eindringlich. Alles klar, los! Teddy sprang ab und rannte an Krawley vorbei, der die Nachhut bildete. Dabei Benzin aus seiner Feldflasche schüttete und eine Spur zurück zum Bus zog. Krawley warf die Feldflasche weg und holte Teddy ein, als sie die Reihe der Soldaten erreichten und der Lärm der blutrünstigen Hunde nun ohrenbetäubend war. Dustin wollte ihm die Leuchtpistole reichen, aber er schüttelte den Kopf. Noch nicht! Rauf in den Bus! Sofort! Du auch, Tyson! Er ging zum Bus, beugte sich vor, die Hände zur Räuberleiter verschränkt. Mit Anlauf drückte Dustin einen Stiefel in Krawleys wartende Hände und wurde auf das Dach befördert. Schreie ertönten aus dem Inneren des Busses, als er mit einem harten Aufprall landete. Teddy tat dasselbe für Tyson. Sie sind fast an der Brücke, rief jemand. Feuer frei! Vermeidet die Benzinpfütze! Im nächsten Moment ertönten explosive Schüsse und weitere Schreie aus dem Inneren des Busses. Von oben brüllte Tyson Anweisungen, bevor die Tiere in Sicht kamen, über die Autos sprangen oder ihnen auswächten. Da ihre Verteidigungsposition vorerst wirksam war und die Feuerfalle vorbereitet, meinte sich Krawley an seine Männer. Mehr von euch erbärmlichen Bastarden kann mit einem Schaltgetriebe fahren, fragte er. Ich kann das, Sir, antwortete Pearson. Steigen Sie in den Buss und versuchen Sie, diesen Schrotthaufen in Bewegung zu setzen. Schon dabei! Krawley sah zu, wie er im Bus verschwand, bevor er sich ganz dem Kampf vor ihnen zuwandte. Er würde früh genug erfahren, ob der Schlüssel im Zündschloss steckte. Captain, elf Uhr, sagte Tyson. Crawley erledigte schnell das, was anscheinend einmal ein Diamantiner gewesen war, jetzt ein geflecktes Ungetüm, als es auf das Dach des Chevy sprang, den er vor kurzem beschädigt hatte. Hinter ihm puffte der Motor des Busses einmal aus. Okay, wir haben einen Schlüssel. Er puffte und stotterte dann abermals, als Pearson mit der Zündung hantierte. Was ist da hinten los, Pearson? Ich habe ein klitzekleines Problem, Sir. Sir, bleiben Sie in Deckung, keine klare Schusslinie, berichtete Dustin vom Dach des Busses. Pearson! Tut mir leid, Sir, ich glaube, die Batterie ist leer. Wir müssen ihn vielleicht anschieben, um ihn zu starten. Kapitel 2 Crawley legte den Kopf schief und blinzelte zweimal. Er wollte glauben, dass er sich verhört hatte. Was sagen Sie, Gefreiter? Wir müssen ihn vielleicht schieben, Sir. Mein Gott, willst du mich verarschen? Nein, Sir! Tyson, Thaddeus, Dustin, Chase, Coleman, Bradley, Reagan, haltet die Stellung. Verdoppelt eure Anstrengungen. Der Rest fängt an zu schieben. Tempo! Ich will, dass der Bus gestern schon fährt. Etwa die Hälfte des Teams stürzte sich in den Kampf, während der Rest Deckung gab und sich noch mehr anstrengte, um zu kompensieren, dass sie vorübergehend weniger Mann waren. Die zwischen den Fahrzeugen auf der Brücke umherlaufenden Hunde ließen ihnen kaum eine Sekunde Zeit, um Luft zu holen. Crawley hatte keine Gelegenheit, seine Gedanken zu sortieren, aber in seinem Hinterkopf nährte sich die Sorge, dass Tyson vor Erschöpfung zusammenbrechen würde, während er Anweisungen rief und zu dem wachsenden Haufen toter Hunde beitrug. Chase, deine zwei! Sarge, direkt voraus! Bradley, elf! Tyson hatte das im Grunde gerappt. Crawley wagte es, einen Blick zurück auf die Soldaten zu werfen, die das große, gelbe Metallmonster schoben. Colding, legen Sie sich ins Zeug! Thompson, drücken Sie mit den Armen, nicht mit dem Gesicht! Jefferson, zwängen Sie mich nicht, rüberzukommen und Ihnen beizubringen, wie man einen gottverdammten Bus schiebt! schrie er. Meine Oma kann besser schieben und sie ist tot! Captain, neun Uhr! Crawley feuerte automatisch, bevor er überhaupt hinsah und die knurrende Bestie ging in einem Schwall von Blut und Eingeweiden zu Boden, bevor seine Augen mitkamen. Pearson, setz das Ding in Bewegung, verdammt noch mal! Der Bus setzte sich nun in Bewegung und Pearson drehte ihn in einem weiten Bogen, sodass er aus der Stadt hinausfahren konnte. Als der Bus durch das Anschieben der Soldaten an Schwung gewann, versuchte der junge Soldat es wieder. Er stotterte, heulte auf und starb erneut ab. Crawley warf einen Blick über die Schulter. Die Hundekadaver stapelten sich, aber für jeden, der zu Boden ging, kamen zwei neue hinzu und der Abstand wurde immer geringer. Pearson! Pearson trete noch einmal. Da erwachte der Bus zum Leben, puffte zweimal und schickte eine schwarze Rauchfahne in die Luft. Dustin, Tyson, kommt hier runter! Ich brauche die Leuchtpistole! Sofort! schrie Crawley, ohne sich umzudrehen. Oh, ist der verdammte Alpha! Beim Geräusch der dickbesolten Stiefel, die hinter ihm auftauchten, ließ Crawley sein Gewehr fallen und an seiner Brust baumeln und streckte die Hand aus, ohne den Blick von der Front zu nehmen. Rückzug! Rückzug! Steigt in den Bus! brüllte Crawley den übrigen Soldaten zu, während er den Griff der Leuchtpistole packte. Er blickte zu Tyson und Dustin. Ihr zwei haltet sie auf Trab, aber nicht zu sehr. Er zählte bis zehn, während O'Connor die Männer einen nach dem anderen in den überfüllten Bus trieb. Jetzt, wo der Widerstand schwand, näherten sich die Hunde in großer Zahl, sprangen über Autos und ihre toten Rudelkameraden gleichermaßen. Aber irgendetwas kam Crawley nicht richtig vor. Seit sie auf der Brücke angekommen waren, hatte er weder den Alpha noch einen seiner Kumpel gesehen. Mach schon, Pearson! Tritt rauf! rief Crawley, als Teddy auf die Stufe stieg und sich an dem verkrumpften Griff neben der Tür festhielt. Das Getriebe knirschte fürchterlich und der Hase von einem Bus hüpfte heftig, bevor er an Fahrt aufnahm. Crawley, du bewegst deinen Arsch in diesen verdammten Bus und zwar sofort! Entspann dich, Teddy, ich habe noch eine Sache zu erledigen, sagte er leise. Er zielte mit der Leuchtpistole auf die Treibstoffspur und drückte den Abzug. Mit einem leuchtend roten Blitz explodierte die Leuchtrakete aus der Pistole, hüpfte zweimal über die Fahrbahn, bevor sie unter einem Auto durchflog, von einem Reifen abprallte und dann von der Brücke rollte, um harmlos im schmutzig-braunen Wasser zu landen. Scheiße! Dustin, Feuerzeug! Widerwillig griff Dustin in seine Tasche und zog ein graviertes Silberfeuerzeug heraus. Das war ein Geschenk, Sir! Doch Crawley war bereits in Bewegung. Die beiden Soldaten gaben ihm Deckung und schossen auf mehrere Hunde, als Crawley sich der Reihe von Autos näherte. Er rannte zwischen zwei Autos hindurch und verschwand dann. Weniger als fünf Sekunden später tauchte er wieder auf, buchstäblich gejagt von den Höllenhunden, während leuchtend orangefarbene Flammen tief in der Ansammlung von Autos auf der Brücke aufluderten. Hunde, die von der Explosion des Benzins erfasst wurden, schrien vor Schmerz. Einige sprangen von der Brücke, um den Flammen zu entkommen. Übernehme du, sagte Dustin zu Tyson und zielte auf die drei, die Crawley verfolgten. Ohne eine Antwort abzuwarten, holte er tief Luft, drückte dann dreimal kurz hintereinander den Abzug seines M24-Gewehrs und schaltete sie aus. Auf den Bus, fahl Crawley und rannte an ihnen vorbei. Die Flammen waren jetzt höher und hatten den Angriff fast zum Erliegen gebracht. Der Bus wurde langsamer, als das erste der Autos, die Crawley beschädigt hatte, explodierte. Crawley erreichte den Bus als erster und ergriff Teddys Hand. Dustin war direkt hinter ihm und Tyson bildete das Schlusslicht. Als Crawley hereingezogen wurde, brach Beifall aus. Er ignorierte ihn. Es war noch nicht die Zeit zum Feiern. Er zwängte sich durch die Soldaten, die sich im Gang drängten und wollte unbedingt durch das hintere Fenster schauen, um das Ergebnis seiner Bemühungen zu sehen. Im Idealfall würden keine Hunde durch die feurige Barriere gelangen, solange der Bus noch in Sichtweite war. In diesem Moment hörte er einen Schrei von der rechten Seite des Busses. Unmittelbar darauf folgte eine lautstarke Warnung. Hunde, lauft! Crawley beugte sich vor, um durch das Seitenfenster zu schauen. Das Alphatier und zwei weitere deutsche Schäferhund-Monstrositäten waren kaum 20 Meter entfernt und kamen schnell näher. Sie waren klatschnass und sprühten Wassertropfen, während sie rannten. Crawley wusste sofort, dass sie den Fluss durchschwommen hatten, während er abgelenkt gewesen war. Mein Gott! Der Käpt'n drehte sich um und drängte sich verzweifelt zwischen seinen Soldaten hindurch. Er versuchte, zurück an die Front zu gelangen und zog seine Desert Eagle. Die Zeit schien sich zu verlangsamen. Durch das Fenster sah er, wie Dustin nach Teddys Handgriff und sie festhielt. Er sah das entsetzte Gesicht von Tyson drei Meter hinter ihm, als sein Scharfschützenkollege in Sicherheit gebracht wurde. Er sah, wie Stiles mit seiner Pistole versuchte, hinter Teddys Schulter auf den Alpha zu schießen und ihn verfehlte. Schließlich sah er, wie das riesige Alpha-Tier sich Tyson näherte und sich auf ihn stürzte, während Teddy, der sich mit einer Hand am Geländer festhielt und sich bis zum Äußerten streckte, die Fingerspitzen des Scharfschützen ergreff. Dann beschleunigte sich die Zeit, als das missgebildete Maul des Hundes über Tysons Hals zuschnappte und ihn durch sein schieres Gewicht zu Boden drückte, sodass Teddy nur noch nach Luft greifen konnte. Nein! Mit einem Ruck seines großen Kopfes riss das Alpha-Tier ein Stück der Wirbelsäule des Soldaten heraus und sah dann den Bus an, bevor er es den blutigen Happen aus seinem Maul auf den Asphalt fallen ließ und weg trat, als seine Rudelkameraden eintrafen. Sie begannen, den leblosen Körper zu zerfleischen. Gekreische und Entsetzensschreie drangen durch den Bus, aber Stiles Pistole verstummte, als er seinen Sergeant am Kragen packen musste, um ihn daran zu hindern, aus dem Bus zu springen und Tyson zur Hilfe zu eilen. Crawley, angewidert, wusste, dass er nichts für seinen gefallenen Kameraden tun konnte. Als er es endlich nach vorne schaffte, half er, den sich wehrenden Conor in den Bus zu ziehen und schrieb Pearson an, Vollgas zu geben. Los, Pearson, los! Crawleys zusätzliches Gewicht kippte schließlich das Gleichgewicht zu Stiles Gunsten und alle drei sackten zu Boden, als sich die Tür hinter ihnen schloss. Thaddeus sprang auf und verpasste Stiles eine Ohrfeige, bevor Crawley zwischen sie trat. Lass es, Teddy, um Himmels Willen. Teddy sank auf die Knie und stützte seinen Kopf in die Hand, während Crawley durch das Fenster auf die schreckliche Szene blickte, die sie hinter sich ließen. Das Alphatier beobachtete den Bus aufmerksam und stand noch immer abseits von seinen Kameraden, als diese über Tyson herfielen. Auf der Brücke waren die Flammen bereits erloschen, aber eine schmutzige schwarze Rauchfahne stieg hoch in den Nachmittagshimmel. Noch während er zusah, sprangen dunkle Gestalten über die fast erloschenen Flammen und strömten auf die Autobahn. Kann das Ding schneller fahren, Pearson? Es ist ein Schrotthaufen, Sir. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 40 Meilen pro Stunde. Sie saßen im Bus und fuhren weiter, aber Crawley fühlte sich alles andere als sicher und selbst dieser kleine Sieg war mit einem extrem hohen Preis verbunden. Tyson war ein unschätzbares Mitglied des Teams gewesen. Jetzt hatten sie mit Dustin nur noch einen geprüften Scharfschützen. Er war ein schluchzendes Wrack. Trotz ihres Geblänkels und seiner Wut auf Tyson am Tag zuvor waren sich die beiden Scharfschützen so nahe wie Brüder gewesen. Crawley klopfte ihm auf die Schulter, als er zum vorderen Teil des Busses zurückkehrte. Ich möchte, dass alle einen Moment zuhören, sagte Crawley. Er wartete, bis der Lärm verklungen war, bevor er fortfuhr. Ich möchte, dass sich alle hinsetzen, auch die Soldaten. Stellen Sie sicher, dass alle Seitenfenster geschlossen sind. Team, nutzt die Zeit, um eure Munition zu überprüfen. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Captain, rief Josephine aus der letzten Reihe. Wir haben ein Problem. Crawley bemühte sich, durch das Fenster hinter ihr zu sehen. Was zum Teufel? Die Monsterhunde sprinteten dem Bus hinterher. Das Alphatier trieb sie schnappend und bellend an wie ein besessener Leichtathletiktrainer. Sie kamen auch näher. Einige von ihnen brannten. Zivilisten schrien und weinten vor Entsetzen. Beruhigt euch, Leute, sagte Crawley. Schaut nach vorne, hier drinnen sind wir sicher. Er wandte sich wieder in Pearson. Halten Sie das Ding in Bewegung, egal was passiert, sagte er ihnen ins Ohr. Yes, sir. Stiles, sagte Crawley und zeigte auf die rechte Seite des Busses. Gehen Sie zu einem Fenster und versuchen Sie einen von diesen Mistkerln umzulegen. Teddy macht das gleiche auf der linken Seite. Kaum hatte er diese Worte ausgesprochen, als etwas von der Seite in den Bus einschlug, was die Zivilisten erneut aufschrien ließ und das Fahrzeug ins Wanken brachte. Thaddeus bewegte sich schnell, zog einen protestierenden Sebastian Tipton ohne Entschuldigung von seinem Gangplatz, kniete nieder und beugte sich über den Mann am Fenster. Ein Hund rannte neben dem Bus her, drehte ab und machte sich bereit, ihn erneut anzugreifen. Teddy steckte die Hand mit seiner Pistole durch die obere Scheibe und begann zu schießen. Er brauchte sieben Schüsse, bis ein Schuss ins Auge den brennenden Hund in einen schreienden, rauchenden Haufen verwandelte. Doch einige weitere Hunde erreichten den Bus. Sie waren noch böser und hässlicher als der Hund, den er niedergestreckt hatte. Bei einigen von ihnen waren die Flammen erloschen und hatten entsetzliche Brandwunden hinterlassen, die jeden normalen Hund in die Knie gezwungen oder verlangsamt hätten. Diese hier sahen einfach nur rachsüchtig aus. Ich könnte jetzt eine verdammte Besuka gebrauchen, jammerte Thaddeus, als er sich auf die Fersen setzte, um nachzuladen. Weniger Reden, mehr Schießen, Teddy, sagte Crawley, der jetzt am hinteren Fenster stand und abwog, ob er das Sicherheitsglas herausschlagen und die Passagiere einem Angriff aussetzen sollte, wenn sie ihre Verfolger nicht abschütteln konnten. Ich kann beides, sagte Teddy und kniete sich hin. Er war gerade dabei, seine Pistole erneut durchs Fenster zu stecken, als ein weiterer großer Hund, diesmal ein mutierter Bernhardiner, von der Größe eines Schwarzbären den Bus rammte und Pearson zu einer Überkorrektur veranlasste. Ah, Scheiße, rief Teddy. Was ist da drüben los, Teddy? fragte Crawley. Wir haben einen Riesenmistkerl, ich habe meine Waffe fallen lassen. Was? fragte Crawley und drehte sich verwirrt um. Er konnte gerade noch rechtzeitig sehen, wie der gewaltige Hund zum Fenster sprang und seine entsetzlich großen Pfoten in dem schmalen oberen Fenster Halt fanden. Sabber, Blut und Rotz verschmierten das Glas, als der Hund versuchte, seinen Maul durch den schmalen Spalt zu bekommen. Oh Gott, schrie Teddy und fiel auf den Hintern. Stiles trat über Teddy hinweg und feuerte eine Kugelsalbe in das Gesicht des Ungeheuers, woraufhin es zusammenbrach. Teddy sah zu Stiles auf. Danke. Du hast deine Pistole fallen lassen? Teddy nickte verlegen. Er wusste, dass er sich später würde ordentlich was anhören müssen. Dustin nimmt den Platz von Sergeant O'Connor ein. Stiles zurück auf deiner Seite, wir haben Besuch. Ein grimmig dreinblickender Dustin nahm O'Connors Platz ein und begann jedes Mal, wenn ein Hund auf seiner Seite auftauchte, methodisch zu schießen. Auch Stiles schoss einige ab. Crawley beobachtete das Geschehen, dann drehte er sich um und richtete den Blick nach hinten. Der Wald wurde auf beiden Seiten immer dichter und die verfolgenden Tiere waren langsamer geworden. Wieder hatte er das Alphatier aus den Augen verloren und nahm an, dass es zurückgefallen war, unfähig oder unwillig mitzuhalten, während es weitere seiner Rudelmitglieder verlor. Der Highway fing an, bergab zu führen und der Bus beschleunigte, wodurch sich der Abstand zwischen ihnen und der Meute vergrößerte. Nach einer engen Kurve wurde die Fahrbahn wieder flacher und geradliniger und die Straße hinter ihnen war, Hunde leer. Okay, ich glaube, wir sind durch, sagte Crawley schließlich und ließ Erleichterung durch sich hindurchströmen. Er drehte sich nach vorne und ließ seine Waffe an seine Seite fallen. Jetzt können wir erst einmal durchatmen. Er ließ sich auf den nächstgelegenen Sitz sinken und atmete aus. Und dann ging alles furchtbar schief. Crawleys Augen waren genau fünf Sekunden lang geschlossen, als jemand schrie. Passt auf! Er riss die Augen auf, blickte um sich und bekam noch mit, wie drei große Gestalten aus dem Gebüsch auf der rechten Seite hervorsprangen und auf die vordere Ecke des Busses zusteuerten. Crawley hatte gerade noch Zeit, sich an der Rückenlehne des Vordersitzes festzuhalten, bevor es zum Zusammenstoß kam. Der alte Schulbus schlingerte heftig nach links, während Pearson versuchte, die Kontrolle zu behalten und geriet aus der Bahn, als ein Hund unter den Reifen geriet und die beiden anderen gegen den Kotflügel und die Tür prallten. Sie schleuderten noch immer nach links, als die Windschutzscheibe barst, eine schwarze Gestalt, Pearson in einem undefinierten Wirrwarr aus Reißzähnen und Krallen traf und seine Hände bei dem Versuch, sich zu verteidigen, das Lenkrad verließen. Haltet euch fest, rief Crawley, als der Bus durch eine niedrige Leitplanke fuhr und die steile Böschung hinunterraste. gegurtete Crawley wurde aus seinem Sitz gehoben und wie eine Stoffpuppe durch die Gegend geschleudert, als das Fahrzeug in den Wald stürzte. Nach gefühlten Minuten und mehr Umdrehungen, als er zählen konnte, kamen sie mit einem lauten Krachen zum Stehen, als ein Baum den Bus auf seiner Bahn stoppte. Einen Moment lang war Crawley völlig weggetreten. Als er wieder zu sich kam, hörte er Schreie um sich herum. Es klingelte in seinen Ohren, er hatte ein mulmiges Gefühl in der Magengrube und sein Kopf fühlte sich seitlich feucht an. Er hielt sich die Hand an den Kopf und in der schwachen Beleuchtung konnte er erkennen, was es war. War es sein Blut? Wenn ja, dann schmerzte es jedenfalls nicht. Der Bus war auf der Seite zum Liegen gekommen. Um ihn herum rappelten sich benommene Zivilisten und Soldaten auf. Der Hügel und das dichte Blätterdach des Waldes über sind alle okay? Thaddeus! Hier! rief Thaddeus von irgendwoher. Alles okay! Bestens! schlinte Thaddeus. Diesmal sprach er durch das Funkgerät. Mach eine Zählung, sagte Crawley in sein Funkgerät und zwar zügig. Alle anderen, wenn ihr mich hören könnt, macht euch bereit für das, was uns getroffen hat. Verstanden! Er machte einen Schritt auf den hinteren Teil des Busses zu und spürte etwas Weiches unter seinem Stiefel. Es war die Hand eines Mannes. Crawley fiel auf die Knie und sein Blick traf auf die leblosen Augen des Besitzers der Hand. Er erkannte den Mann als einen der beiden, an die er sich geklammert hatte, als der große Hund auf dem Marktplatz auf ihn zugerast war. Sein Genick war gebrochen. Er richtete sich auf, als der tote Zivilist, der erste bei diesem Einsatz, den Nebel des Schocks in seinem Kopf durchbrach. Josephine! Es kam keine Antwort. Er spürte, wie sein Herz noch schneller schlug, als er begann, sich durch die benommenen Überlebenden zu bewegen. Josephine! Ich habe sie hier. Sie ist in Sicherheit. Es war wieder Thaddeus, der immer noch durch das Funkgerät sprach. Sie ist bewusstlos. Ihr Großvater ist auch hier, in Sicherheit, aber er steht unter Schock. Crawley kämpfte gegen den Drang an, zu ihr zu gehen, aber es kam ihm in den Sinn, dass es noch eine weitere Person gab, deren Wohlergehen von größter Bedeutung war. Bonnie! Sie antwortete sofort. Anwesen! Wo bist du? Geht es dir gut? Mir geht's gut. Bleibt alle zusammen, wir kommen hier raus, aber wir müssen hier... Der Klang eines heulenden Wolfes durchdrang die Luft. Er war nah, sehr nah. Es wurde sofort von weiteren Wölfen aus allen Richtungen wiedergegeben. Schnell weg! Er stolperte zum vorderen Teil des Busses, um nach dem Fahrer zu sehen. Pearson, sind Sie in Orten? Er erstarrte, denn dem gefreiten James Pearson ging es nicht gut. Er war so weit davon entfernt, wie es nur möglich war. Er lag regungslos an der blutgedrängten Scheibe der Fahrerseite, die Kehle herausgerissen. Der missgebildete Hund, der die Windschutzscheibe durchbrochen hatte, ging unbeholfen über ihm, den Kopf auf das gezackte Ende des Lenkrads aufgespießt, das beim Aufprall zerbrochen und durch den Schädel getrieben worden war. Crawley schlug mit der Faust gegen eine Sitzlehne. Es tat weh, es tat sehr weh, aber er begrüßte den Schmerz. Er tippte auf sein Funkgerät. Gefreiter Pearson ist tot. Scheiße, mummelte Dustin. Die anderen teilten seine Meinung. In Ordnung, macht euch bereit. Zivilisten, runter und unten bleiben, bis ich etwas anderes sage. Er beugte sich noch einmal zu Pearsons leblosen Körper und schloss seine geschockten Augen, bevor er die Fahrerkabine verließ und die Waffe und die Magazine des gefallenen Soldaten mitnahm. Die Zivilisten standen am Boden und Crawley zählte seine Männer. Außer Pearson und Tyson waren alle anwesend. Außerhalb des Busses war alles ruhig. Es war seltsam. Er hatte erwartet, dass die Hunde innerhalb von Minuten aufholen würden. Ich glaube, wir haben sie abgehängt, sagte Jefferson. Ich werde nachsehen. Ohne die Entwarnung abzuwarten, hiefte sich der Gefreiter auf einen Sitz und steckte seinen Kopf durch ein nun glasloses Fenster. Jefferson, warten Sie! Es war zu spät, seine Füße verschwanden durch das Fenster und er machte zwei schwere Schritte, auf der zum Dach gewordenen Seitenwand, bevor er auf das Gras neben dem Bus sprang. Stiles, Colding, rauf aufs Dach, wir geben ihm Deckung. Crawley und die anderen folgten Jeffersons Beispiel und kletterten durch die fehlenden Fenster auf dem Bus. Der Gefreite, von dem Crawley annahm, dass er unter Schock stand, war etwa 20 Fuß vom Bus entfernt und ging am Rande der Lichtung entlang, auf der sie zum Stillstand gekommen waren. Crawley suchte schnell die Umgebung ab, am Hang hinter ihnen zeigte eine Spur aus abgebrochenen Schößlingen und kleinen Bäumen den Weg des rollenden Busses. Die Stelle, an der sie gelandet waren, war von dichtem Wald umgeben. Jefferson immer schön sachte. Er ging noch ein paar Schritte weiter, aber es gab keine Anzeichen oder Geräusche, die darauf hindeuteten, dass sich die Hunde näherten. Warum zum Teufel fühlte es sich dann wie eine Falle an? Wieso waren da keine Hunde? Jefferson, der endlich zufrieden war, drehte sich um und zeigte den Daumen nach oben. Ich denke, es ist ungefähr. Er beendete den Satz nicht. Eine große, borstige, dunkelgraue Gestalt, die sich aus der Dunkelheit zwischen den Bäumen zu manifestieren schien, brach hervor und packte ihn gewaltsam im Nacken, bevor sie ihn wie eine schreiende Stoffpuppe zurück in die Bäume zerrte. Sein Gewehrfeuer spulte nutzlos in den Himmel. Crawley feuerte blindlings ein paar Schüsse in die Bäume, Stiles und Colding schlossen sich ihm an, während der Schreckensschrei des Gefreiten in der Ferne verklang. Feuer einstellen, zurück in den Bus! Ohne zu zögern setzten sich die Männer in Bewegung und kletterten auf dem Weg, in sie herausgekommen waren, zurück in den Bus. Die Panik unter der Zivilbevölkerung hatte den Schock über das Unglück inzwischen übertroffen. Ruhe bitte, O'Connor, zu mir! O'Connor stellte sich neben ihn. Das war ein Wolf, er war riesig, was erklären könnte, warum die Hunde nicht über uns hergefallen sind. Wenn es da draußen noch mehr von denen gibt, werden sie es nicht riskieren. Wir sind hier drin, aber leichte Beute, das müssen wir. Ich möchte, dass du damit beginnst, alle Personen durch die Fenster nach draußen zu bringen. Sobald wir alle in Sicherheit gebracht haben, werden wir einige Soldaten am Boden aufstellen, als stählernen Perimeterschutz. Und dann? Dann habe ich eine Idee. O'Connor zuckte mit den Schultern. Ich habe meine Zweifel, aber in diesem Metallsack zu bleiben, ist keine Alternative. Crawley nickte krimmig und klopfte seinem Freund auf die Schulter. Offensichtlich war Teddy über die Verluste, die sie erlitten hatten, ebenso bestürzt wie er selbst. Drei gute Männer in weniger als zehn Minuten. Dustin, hilf mir hoch. Ich will oben einen Soldaten an jedem zerbrochenen Fenster und unten an jedem einen, der die Zivilisten unterstützt. Wir evakuieren jetzt. Frauen und Kinder zuerst. Was? Ich glaube nicht, dass ich gestottert habe, Lieutenant. Helfen Sie mir hoch. Crawley nutzte die Gelegenheit, um sich in den hinteren Teil des Busses zu begeben, während seine Männer an die Arbeit gingen. Josephine war jetzt wach, sie hatte ein großes Ei auf der Stirn, aber ihre Augen glänzten. Ihr Großvater stand neben ihr, er hatte eine Schnittwunde an der Wange, schien sich aber mehr Sorgen um seine Enkelin zu machen. Maria war auch da, ihren Arm um eine verängstigt aussehende, aber unverletzte Emily gelegt. Crawley lächelte und versuchte, gesagt, nein, aber wer ist das schon? Komm schon, wir müssen sie nach oben bringen. Coleman zwängte sich an ihm vorbei, sein Hinten war kaum wahrnehmbar und er half Maria und dem Mädchen an ihm vorbei, zum ersten freien Fenster zu gelangen. Bring Großvater zuerst hinaus. Nein, Frauen und Kinder zuerst, sagte ihr Großvater energisch. Vielleicht war sie zu erschöpft, um mit dem unnachgiebigen Mann zu streiten, Innerhalb von zehn Minuten waren alle neben dem Bus versammelt und acht Soldaten, angeführt von Stiles, bildeten einen Halbkreis von etwa sieben Metern, während den Zivilisten auf das Gras geholfen wurde. Crawley hatte gerade zu hoffen begonnen, dass der Wolf, der Jefferson entführt hatte, ein Einzelfall war, als ein Heulen durch die Luft ging. Es war laut und er schätzte, dass es nicht Wimmern der Menge hinweg. Macht euch bereit zum Abmarsch, wir entfernen uns vom nördlichen Ende des Busses aus. Stiles, lassen sie jeden ihrer Männer Granaten in den Wald werfen. Das sollte uns eine Atempause verschaffen, damit wir uns bewegen können. Das ist eine Idee, fragte Teddy leise. Hast du eine bessere? Teddy wollte gerade sagen, dass er die nicht hatte, als die erste Granat in den Bäumen explodierte. Es folgten sieben weitere. Crawley wählte eine Richtung. Er wollte so lange wie möglich in Sichtweite des Hügels bleiben, der zur Straße hinaufführte, also zeigte er ihn diese. Ausröcken, bleibt an den Zivilisten dran, Teddy, bilde mit Colding und Redcliffe das Schlusslicht, falls wir verfolgt werden. Crawley übernahm mit Stiles die Führung und als sie sich dem ersten Baum näherten, warf er eine weitere Granate voraus und wartete die Explosion ab, bevor er weiter ging. Er wusste, dass sie bei diesem Tempo die Granaten rasch aufbrauchen würden, aber er sah keine Alternative. Den Zivilisten war hoch anzurechnen, dass das einzige Geräusch, das sie machten, ein gelegentliches Husten oder das Knacken eines Zweiges unter ihren Füßen unbehelligt geblieben. Wenige Sekunden nach der Explosion hörte er ihn keuchen. Oh nein, nicht jetzt um Himmels Willen, flüsterte eine Frauenstimme ein paar Reihen hinter ihm. Es war Bonnie. Gehen Sie an die Spitze, sagte er zu Stylans und trat zur Seite, als die Leute, die hinter ihm gewesen waren, an ihm vorbeigingen. Er sah Sebastian Tipton in die Augen. Der Lehrer blutete aus einer Kopfwunde und sah niedergeschlagen aus. Zum Glück versuchte er nicht, Crawley mit Geschwätz in Anspruch zu nehmen. Bonnie stand hinter ihm und hielt sich den Bauch. Dann geht es dir gut. Sie schüttelte den Kopf. Ihr Gesicht verzerrte sich kurz. Sie hatte Schmerzen, versuchte aber, sie nicht zu zeigen. Was ist los? Bist du verletzt? Sie schüttelte erneut den Kopf. Was ist los? Eine Fruchtblase ist geplatzt. Kapitel 3 Crawley war sprachlos und sah Bonnie an, in der Hoffnung, sie würde lachen und ihn in den Witz einweihen. Das tat sie nicht. Kriegst du jetzt wehen? Nein, nicht jetzt. Ich dachte, ich warte bis Weihnachten. Ihr Gesicht verzerrte sich erneut vor Schmerz. Ja, jetzt, tut mir leid. Es muss dir nicht leid tun. Es ist, wie es ist. Captain, sagte Chase, ich will nicht hetzen, aber sie werden hinter ihnen langsamer. Chase, du hilfst Bonnie. Die Frau war froh, sich auf den Arm des Gefreiten abstürzen zu können, während der Captain sich zum Ende der Kolonne begab. Alle in höchster Alarmbereitschaft. Wenn sich im Gebüsch etwas bewegt, schießt. Er hatte beschlossen, keine Granaten mehr zu werfen. Von den wahrscheinlich auf der Lauer liegenden Wölfen gab es keine Anzeichen und die explodierenden Granaten konnten das Gegenteil von dem bewirken, was sie wollten und ihren Standort verraten. Während er sich durch die Reihen bewegte, spornte er alle an, das Tempo zu erhöhen. Die unerwarteten Wehen hatten einen Zeitdruck erzeugt, auf den er hätte verzichten können. Er beschloss, auf der ersten Lichtung, auf die sie stießen und die verteidigt werden konnte, Halt zu machen. Sie hatten sich etwa eine Meile von der Absturzstelle entfernt und er hoffte, dass sie weit genug von Hunden und Wölfen entfernt waren, um den nötigen Freiraum zu haben. Teddy O'Connor stellte sich Oh Gott, sagte Teddy unabsichtlich. Genau, wir werden auf der ersten Lichtung, die wir finden und die wir verteidigen können, anhalten. Ich möchte, dass du Josephine und Maria leise von Bonnie erzählst. Wir brauchen sie. Sie müssen die Führung bei diesem speziellen Problem übernehmen. Was glaubst du, warum wir nicht angegriffen worden sind? Ich glaube, drei Dinge haben geholfen. Erstens sind wir im Wolfsgebiet gelandet. Daher sind die Hunde ferngeblieben. Zweitens, wenn man davon ausgeht, dass Wölfe genauso geräuschempfindlich sind wie Hunde, hatte der Knall der Kanaten wohl alle, die sich in der Nähe befanden, zerstreut. Und drittens gibt es nicht so viele Wölfe wie Hunde und ich denke, wir haben ihr Gebiet hinter uns gelassen. Aber freu dich nicht zu früh. Wir sind jetzt Freiwill für die Hunde und es kann passieren, dass wir in das Gebiet eines anderen Wolfsrodels eindrängen. Teddy nickte. Lass uns weitergehen. Josephine und Maria lösten Chase kurz darauf bei Bonnie ab und dem jungen Mann stand die Erleichterung ins Gesicht geschrieben. 30 Minuten später hatte Bonnie wirklich zu kämpfen. Crawley, wir müssen bald anhalten, auch wenn es nur für ein paar Minuten ist. Wir sind jetzt seit einer Stunde und 45 Minuten unterwegs. Ich denke, wir haben ausgebracht. Wir müssen zuerst eine Lichtung finden. Ich kann diese Leute nicht verteidigen, solange sie zwischen den Bäumen verteilt sind. Naja, aber bald werden deine Männer Bonnie tragen müssen. Sie hat echt zu kämpfen. Okay, sag einfach wann und bis dahin gehen wir so schnell wie möglich weiter. Nach weiteren zehn Minuten, in denen Bonnys Stöhnen immer lauter und schmerzer füllter wurde, hörte Crawley etwas, das Geräusch von fließendem Wasser. Wir halten an, wenn wir am Bach oder Fluss oder was auch immer es ist, ankommen, sagte Crawley zu der Menge, aber seine Augen waren auf Josephine gerichtet. Sie nickte erleichtert. Sie setzten sich wieder in Bewegung und beschleunigten ihr Tempo, angetrieben von der Aussicht auf eine versprochene Rast. Die Vegetation wurde spärlicher und ging in eine Lichtung über. Ein kleiner Fluss teilte den offenen bergab, bevor er wieder im dichten Wald östlich von ihnen verschwand. An seiner engsten Stelle war er etwa sieben Meter breit, aber er schien nicht zu schnell oder zu tief zu sein, so dass man ihn nicht zu Fuß hätte überqueren oder schwimmen können, falls es dazu kommen sollte. Die Erleichterung war auf den Gesichtern der Zivilisten deutlich zu erkennen, als sie Plätze zum Sitzen fanden. Einige bergten sich an den Rand des Wassers, um sich das Gesicht zu bespritzen oder Flaschen aufzufüllen. Leider konnte er sich nicht ausruhen. Na aufgepasst, Leute, wir sind noch nicht in Sicherheit. Ein Chor von Stöhnen ertönte. Wir müssen erst über das Wasser kommen, bevor wir an eine Pause denken können. Weiß du es noch nicht bemerkt hast, Kepp, ich habe ein Problem, sagte Bonnie, bald wird nicht mehr zur Wahl stehen, wo sie anhalten soll, fügte Maria hinzu. Ich weiß, weiß, lasst uns den Fluss überqueren. Ihr könnt eure Feldflaschen und andere Flaschen füllen und euch auf der anderen Seite ausruhen. Ich verspreche es. Sergeant O'Connor, sie gehen zuerst rüber. Thaddeus verzog das Gesicht, aber er tat, wie ihm befohlen. Er stieg vorsichtig über die moosbewachsenen Felsen und machte einen Schritt ins Wasser. Er schaffte die Hälfte des Weges, das Wasser reichte ihm gerade mal bis zur Hüfte. Dann gab Crawley seinen Männern das Signal, die Zivilisten hinüber zu führen. Die Kinder, darunter auch Emily, wurden auf die Schultern von Soldaten gehoben und Josephine bat Stiles, ihrem Vater hinüber zu helfen, damit sie und Maria Bonnie helfen konnten. Obwohl Bonnie stöhnte, wie kalt das Wasser war, schaffte sie es sicher hinüber. Als alle auf der anderen Seite waren, hielt Crawley sein Gewehr hoch über seinen Kopf und folgte ihnen. Okay, ihr habt drei Minuten Zeit, um euer Wasser aufzufüllen. Dann möchte ich, dass sich alle auf die Grasfläche in der Mitte der Lichtung begeben. Josephine und Maria führten die werdende Mutter direkt zu der Stelle, auf die Crolley hingewiesen hatte. Am Rande der Wiese stand eine einzelne Kiefer und Josephine stützte Bonnie, während Maria zwei Bettlaken, die sie aus dem Motel mitgenommen hatte, aus ihrem Rucksack holte. Sie breitete eines auf dem Boden unter dem Baum aus und sie legten Bonnie darauf. Josephine nahm ihren Rucksack ab und legte ihn unter den Kopf der Frau, der sie dann gemeinsam halfen, die Beine anzuheben, sodass sie angewinkelt und die Knie gespreizt waren. Crawley wandte sich ab, als Maria Bonnie das Umstandskleid über die Oberschenkel hochzog und sie von der Taille abwärts mit dem zweiten Bettlaken bedeckte. Oh Gott, hilf mir das durchzustehen, stöhnte Bonnie, als eine weitere Wehe ihren Körper durchzuckte. Ich schwere, ich werde nie wieder Sex haben. Maria hockte und tätschelte in den Kopf. Sie schaute über ihre Schulter. Ihre Wehen kommen im Minutenabstand. Hoffentlich geht es schnell und einfach. Josephine, ich werde deine Hilfe brauchen. Und sie auch, Captain. Ich bin hier, sagte Josephine. Was brauchen sie? fragte Crawley. Irgendetwas, Antiseptika, Schmerztabletten, Verbände, ein scharfes Messer. Scharfes Messer, rief Bonnie. Maria ignorierte sie. Ja, ich werde ein paar Dinge brauchen, zuerst aber heißes Wasser. Sicher, ich habe die Männer schon Feuerholz sammeln lassen. Maria nickte. Okay, ich brauche heißes Wasser, zwei große Handtücher und ein kleines, ein Messer, sterilisiert, Alkohol. Wir haben Antiseptika, unterbrach Crawley. Nun, ich werde kein Antiseptikum trinken. Trinken? Wovon reden sie? Was redest du da? Der Alkohol ist für mich. Ich bin dabei, ein Baby im Wald zu bringen, umgeben von Monsterhutten und Wölfen. Das mache ich auf keinen Fall nüchtern. Sie bekreuzigte sich, starrte in den Himmel und murmelte vor sich hin. Warte, was? Und sie stöhnte. Sie versuchte aufzustehen, aber Josephine hielt sie fest im Griff. Verruhige dich, sagte Josephine. Sie scherzt nur. Maria sagt ihm, dass es ein Scherz sein sollte. Maria antwortete nicht. Maria, ist ja gut, war nur ein Scherz, come on, Mann. Sie sah zu Crawley auf, der sie anstarrte, als sei sie verrückt geworden. Was ist? fragte sie. Ach, und wenn du sie finden kannst, brauche ich auch einen Schal und ein Stück Desinfektionsseife. Alles klar, bin schon dabei. Crawley gab Thaddeus ein Zeichen und in Sekundenschnelle verteilten sich die Soldaten, um entsprechende Vorbereitungen zu treffen. Josephine, du bist jetzt die moralische Stütze, sagte Maria, während sie unter das über Bonnie gespannte Laken griff und ihr aus der Unterwäsche half. Wenn es Bonnie unangenehm war, im Wald von der Taille abwärts nackt zu sein, ließ sie es sich nicht anmerken. Maria band ihr Haar geschickt zu einem Dutt zusammen und griff nach ihrer Tasche. Daraus holte sie ein paar sterilisierte Handschuhe hervor und zog sie an. Josephine sah, wie Crawley sie anstarrte und erklärte es ihr. Seit sie Bonnie kennengelernt hat, hat sie sich mit Vorräten für heute eingedeckt. Also hat sie wahrscheinlich auch für alles andere vorgesorgt. Crawley nickte verständnisvoll. Thaddeus näherte sich und achtete darauf, seinen Blick abzuwenden. Er beugte sich vor und flüsterte Crawley etwas zu. Dann ging er den Weg zurück, den er gekommen war. Crawley wich zurück. Meine Männer haben einen Verteidigungsring um unseren Standort errichtet. Sie werden so lange sicher sein, wie sie es brauchen. Maria nickte. Danke, Captain. Ich denke, ich werde ihnen jetzt aus dem Weg gehen. Das wäre das Beste, sagte Maria. Er ging auf Bonnie zu, die relativ ruhig war. Viel Glück. Er wollte zurückweichen, aber ihre Hand griff schnell wie eine Viper nach seinem Arm. Ich möchte, dass du bleibst, sagte Bonnie. Sei meine Unterstützung. Er schaute Maria und Josephine an, um ihre Zustimmung zu erfragen, in der Hoffnung, dass sie Nein sagen würden. Ja gut, sagte Maria, du kannst deinen Arm zum Quetschen hergeben, besser du als Josie. Josephine lächelte nur, offenbar genoss sie sein Unbehagen. Er zog seine Weste aus, ließ sich neben Bonnie auf den Boden sinken, legte seine Hand in ihre und verschränkte ihre Finger. Maria warf Josephine ein weiteres Paar Handschuhe zu. Sie so aus, als ob deine frühere Stelle besetzt ist, sagte sie. Sie bat Josephine zu ihr zu kommen und erklärte ihr, zu Bonnys Füßen kniend, wie es aussehen würde und was sie von ihr brauchen würde. Die Soldaten schafften es, alles, was Maria aufgelistet hatte, in kürzester Zeit zusammenzutragen und Maria nahm einen großen Schluck von dem Whisky, den Teddy beschlagnahmt hatte. Sie bot wickelte Maria den Schale um die untere Hälfte ihres Gesichts und hob das Laken an. Josephine konnte selbst von ihrem Platz aus nicht sehen, was sie tat, da ihre Sicht durch das Laken behindert wurde, aber sie wusste, dass Maria im Intimbereich der anderen Frau herumstocherte und erschauerte leicht bei dem Gedanken. Crawley konzentrierte sich darauf, in die Ferne zu schauen, was ihr ein weiteres Lächeln ins Gesicht zauberte. Als Maria wieder auftauchte, betrachtete sie Bonnie mit ernster Miene. Kann nicht so tun, als ob es nicht so wäre, es wird höllisch wehtun, befolge meiner Anweisung und alles wird gut werden, ist das klar? Vollkommen, antwortete Bonnie. Sie drückte leicht Crawleys Hand und er tätschelte die ihre mit seiner freien Hand. Der Anblick war herzerwärmend für Josephine. Der Blick in Crawleys Augen war der Blick eines Mannes, der sich sorgte, eines Mannes, der einmal Ehemann und Vater gewesen war. Wenn ich sage, du sollst pressen, fängst du langsam an, damit du nicht zu schnell ermüdest. Wenn du trotzdem den Trang verspürst zu pressen, wenn ich dich auffordere aufzuhören, puste aus dem Mund. Bonnie nickte. Marias Kopf verschwand abermals für ein paar Sekunden unter dem Laken, er tauchte lange genug wieder auf, dass sie den Ein-Wort-Befehl geben konnte, auf den Bonnie seit neun Monaten gewartet hatte. Pressen! Bonnie brauchte es nicht noch einmal zu hören. Mit zusammengebissenen Zähnen und festgeschlossenen Augen gehorchte sie. Langsam, ich habe es dir gesagt, schön langsam, sagte Maria und tauchte wieder auf. Sie klopfte Bonnie eindringlich auf den Oberschenkel. Hör auf meine Worte, Bonnie, das wird bald vorbei sein. Crawley beugte sich vor und stützte sie ein wenig, legte ihr einen Arm um die Schultern, während sie weiterhin das Leben aus seinem anderen Arm quetschte. Plötzlich war Bonnys Schamgefühl egal und er flüsterte ihr Worte der Ermutigung zu. Ruhe dich aus, sagte Maria. Aber Bonnys Gesicht war immer noch verzerrt. Sie presste weiter. Ich sagte ruhig aus, Bonnie. Komm schon, Bonnie, hör auf, die gruselige Hebamme, sagte Crawley. Tu, was sie sagt, pusten, echt pressen. Ihre Hand legte sich noch fester um seinen muskulösen Arm, als sie zum Pusten überging. Aber Crawley zuckte nicht zurück. Er schien es überhaupt nicht zu bemerken. Maria schaute auf ihre Uhr und nickte. Okay, pressen, diesmal ein bisschen mehr. Ihr Kopf verschwand wieder unter dem Laken, noch bevor Bonnie vor Anstrengung zu stöhnen begann. Der Wechsel aus Pressen und Ausruhen dauerte ca. 20 Minuten. Bonnie war schweißgebadet und Croys Arm an der Stelle, wo sich ihre Finger in ihn bohrten, rot, ehe Maria wieder auftauchte, mit zerzaustem Haar und verschwitzter Stirn. Das Köpfchen des Babys schaut heraus. An diesem Punkt hätte Bonnie mit neuem Elan pressen sollen. Josephine fand, dass der Gedanke an ihr Baby, das bereits fast in der realen Welt angekommen war, Bonnie als Motivation eigentlich reichen musste. Aber sie presste nicht. Josephine sah auf ihr Gesicht und stellte fest, dass ihre Augenlider flatterten und ihre Augäpfel in ihren Kopf zurückrollten. Maria, rief Josephine. Maria sah auf. Nein, nein, sagte sie. Bonnie, du musst wachbleiben, du bist gleich fertig, komm schon. Crawley schüttelte sie, aber sie ließ sich nicht weiter treiben. Captain, sagte Maria, wenn sie nicht wollen, dass diese Frau und ihr Baby sterben, müssen sie sie zum Aufwachen zwingen. Schlagen sie sie, wenn es sein muss. Da er Bonnie nicht ohrfeigen wollte, schüttelte Crawley sie kräftiger und klopfte ihr auf die Wange. Es half nicht. Bonnie riss sofort die Augen auf. Sie war bei Bewusstsein, aber blass und eindeutig entkräftet. Bonnie, lass mich jetzt nicht im Stich, lass dein Baby nicht im Stich, sagte Maria. Sie hielt inne und runzelte besorgt die Stirn, bevor sie sich an Crawley wandte. Habt ihr zufällig eine Spritze mit Epinephrin, eine Adrenalinspritze? Crawley nickte und winkte Teddy zu, der in sicherer Entfernung umherschlich. Er joggte sofort herüber. Bring mir mein Medikamentenpaket. Beeil dich! Weniger als 20 Sekunden später war Thaddeus zurück, ließ das Medikamentenpaket fallen und verschwand, als Crawley ihn entließ. Crawley fand die Spritze und reichte sie Maria. Sie zog die Kappe mit ihren Zähnen ab und stach Bonnie in den äußeren Oberschenkel. Die Frau zuckte nicht Versuch jetzt ruhig zu bleiben. Befreie deinen Geist. Bereite dich darauf vor mit all deiner Kraft zu pressen. Das Leben deines Sohnes hängt davon ab. Diese nickte und atmete schnell. Maria spürte die nächste Wehe kommen. Jetzt schrie Maria. Pressen Bonnie schrie als sie presste. Ihre Stimme war rau und überschlug sich, aber sie machte weiter. Pause. Tief einatmen. Tief drang die Luft, als sie erneut presste. Nach dreißig Sekunden des Ächzens und Stöhns erschlaffte ihr Körper und sie brach schwer atmend zusammen. Einmal noch, nur noch einmal, bleib jetzt bei mir, zuerst tief einatmen, tief einatmen. Bonnys weiße Lippen formten sich zu einem O, als sie in schneller Folge ein- und ausatmete. Jetzt pressen, Bonnie, sagte Maria, noch ein einziges Mal. Das Geräusch, das aus Bonnys Mund kam, lag irgendwo zwischen dem Stöhnen eines sterbenden Tieres und einem Kriegsschrei. Sie presste. Als ihre Stimme versagte, wurde sie durch die Schreie eines Säuglings ersetzt. Als Maria diesmal auftauchte, hatte sie das weinende Baby im Arm. Bonnys Gesicht verzog sich zu einem müden Lächeln. Auch Crawley und Josephine lächelten. Das hast du gut gemacht, Bonny, sagte Maria. Auch sie hatte ein Lächeln im Gesicht. Wirklich gut. Sie winkte Josephine zu sich und reichte ihr den Säugling, damit sie ihn seiner Mutter übergeben konnte. Die Freude in Bonnys Augen war unbändig, als ihren neugeborenen Sohn in die Arme schloss. Aber sie war beunruhigend blass. Maria ging zurück unter das Laken und Crawley hörte ein Schnipsen, als sie die Nabelschnur durchtrennte. Sie war ganze zwei Minuten unter dem Laken, bevor sie wieder auftauchte. Sie wollte gerade etwas zu Bonny sagen, als die Augen der frisch gebackenen Mutter wieder zufielen und sie erschlaffte. Josephine sah Maria fragend an. Vielleicht ist es nur die Müdigkeit oder das Nachlassen der Adrenalin? Maria schüttelte den Kopf. Die Sorge stand ihr ins Gesicht geschrieben. Nimm das Baby. Josephine nahm das Baby sanft aus Bonnys Armen und Crawley versuchte, der bewusstlosen Frau eine bequemere Position zu verschaffen. In diesem Moment bemerkte er die sich ausbreitenden Blutflecken auf dem Laken. Maria schaute unter das Laken und ihre Augen weiteten sich vor Schreck. Nein, ich hatte befürchtet, dass das passieren würde. Gott, bitte nicht. Sie tauchte wieder unter das Laken. Was ist los? fragte Crawley mit gepresster Stimme. Ihre Gebärmutter zieht sich nicht zusammen, um die Blutung zu stoppen. Was bedeutet das? Das heißt, sie wird weiter bluten, bis... Sie ließ ihren Satz unvollendet in der Luft hängen. Was können wir tun? fragte Crawley. Knie dich neben mich hin, bieß sie an und riss das Laken weg. Crawley tat, wie sie befahl, denn die Zeit der Privatsphäre oder der Rücksichtnahme auf Schamgefühle war nun eindeutig vorbei. Aber das Blut, damit hat er nicht gerechnet. Maria hatte ihre Hände auf Bonnys Bauch. Diese verschmierten das Blut auf ihrer blassen Haut, als sie über ihren Bauch strich. Pass auf, ich möchte, dass du ihren Unterleib so massierst. Sie demonstrierte es ihm kurz und ging dann zur Seite. Er legte seine Hände auf Bonnys Bauch und Maria führte ihn, bis sie sicher war, dass er den Dreh raus hatte, bevor sie sich wieder an den Versuch machte, den Blutfluss zu stoppen. Das sollte dazu beitragen, dass sich die Wände der Gebärmutter zusammenziehen. Und wenn es nicht klappt? Ich weiß es nicht, flüsterte Maria. Ihre Augen waren voll Anspannung und Sorge. Maria, sagte Josephine, es gibt doch sicher etwas. Ich weiß es nicht, rief Maria, sie muss im Krankenhaus behandelt Josephine wiegte das Baby sanft in ihren Armen, während sie einen Blick auf Bonnys Gesicht warf. Ihre Augen waren wieder offen, aber sie rollten hoch in die Höhlen, als ob sie hinter ihren Augenlidern etwas enorm Interessantes entdeckt hätten. Ihre Atmung war ruckartig und aus dem Rhythmus geraten. Sie entgleitet uns Maria, rief Josephine. Bleib bei uns Bonnie, flehte Crawley, der immer Ich kann nichts tun. Es sei denn, da kam mir eine Idee. Ein Luftballon, jemand einen Luftballon. Ein Luftballon? Ja, um ihn hineinzudrücken und ihn eher aufzublasen. Das würde ihre Blutung hoffentlich stoppen und dann Ich habe eine Idee. Teddy, ich möchte, dass du Bevor er mehr sagen konnte, ergriff Bonnys Hand seine und sie schüttelte schwach den Kopf. Ihre schmerzerfüllten Augen konzentrierten sich wieder und sie gestikulierte schwach zu ihrem Baby. Josephine brachte das Kind in ihre Nähe, aber Bonny machte keinen Versuch, es ihr wegzunehmen. Sie lächelte nur, dann reckte sie den Hals und küsste ihn auf den Scheitel. Edward, flüsterte sie, bevor sie sich mit geschlossenen Augen zurückfallen ließ. Bonny, sagte Crawley, nahm ihre Hand und rieb sie. Als sie nicht reagierte, rüttelte er an ihrer Schulter, aber sie war schlaff. Sie hatte aufgehört zu atmen. Bonny! Teddy blieb wie angewurzelt stehen, als Maria auf ihren Fersen in eine sitzende Position zurückfiel und den redlosen Körper ungläubig anstarrt. Nein! schluchzte sie leise. Josephine weinte inbrünstig und drückte das Baby an ihre Brust. Nur Crawley schien nicht glauben zu wollen, was jetzt offensichtlich war. Bonny, mach die Augen auf, verdammt! Aber Bonny öffnete ihre Augen nicht. Sie würde sie nie wieder öffnen. Crawley hielt ihre Hand mehrere Minuten lang, während die anderen zusahen. Sporadisches Weinen brach im Lager aus, als sich die Nachricht von den Geschehenen verbreitete. Der Käpt'n erhob sich schließlich, wich mit unsicheren Tritten zurück. Und Ed, sagte Josephine und versuchte aufzustehen. Crawleys Augen schweiften über die Szene, er sah alles, verstand aber nichts. Er wich noch weiter zurück, bis er gegen einen Baum prallte. Der Bann war gebrochen. Er drehte sich um und starkste davon. Crawley, Ed, rief Josephine ihm nach, die nun auf den Beinen war. Sie begann ihm zu folgen. Josephine, nein, sagte Thaddeus sanft. Du kümmerst dich um das Baby, ich werde gehen. Sie nickte und sah zu, wie er seinem Vorgesetzten hinterherjoggte. Kapitel 4 Crawley war am Fluss, als Thaddeus ihn fand. Er saß auf einem großen Felsen, die Hände zwischen den Knien und den Kopf gesenkt. Er sah zersaust, erschöpft und entmutigt aus. Es war kein Tarnmodus verfügbar und seine Stiefel knirschten über die Kieselsteine am Ufer, als er sich näherte. Geh weg, Teddy. In seiner Stimme lag keine Emotion. Sie war ausdruckslos und kühl. Teddy blieb stehen, hatte aber nicht die Absicht, dem Befehl wegzugehen, Ed. Geh weg. Du weißt, dass diese Dinge passieren. Ich sagte, verpess dich, Thaddeus, schnauzte Crawley, stand auf und drehte sich so schnell, dass der Sergeant einen Schritt zurück wich. Seine blutunterlaufenen Augen brannten so sehr vor Wut, dass Teddy auf Abstand blieb, seine Aufmerksamkeit auf Crawleys Hände gerichtet. Sie waren immer noch mit Bonnies Blut bedeckt. Du konntest nichts dagegen tun, Crawley. Halt einfach die Klappe, Teddy, okay? Halt die Klappe. Ich möchte, dachte Thaddeus trocken, Gott weiß, ich möchte dich in Ruhe lassen und dir die Zeit geben, die du brauchst, um das zu verarbeiten. Aber ich kann nicht. Bei uns sind Leute, die dich brauchen, die du in Sicherheit bringen musst. Mich brauchen sie nicht. Doch, das tun sie, Crony. Sie brauchen einen Käpt'n. Du bist der Käpt'n. Das ist dein Job. Und was für ein toller Job das bis jetzt war, spottete Crony. Warum spielst du nicht mal einen Weilen Käpt'n? Was hältst du davon? Bevor Thaddeus etwas sagen konnte, knopfte Crony sein Hemd mit den Käpt'ns Abzeichen auf, zog es aus, knüllte es zusammen und warf es ihm vor die Brust. O'Connor machte keine Anstalten, es zu fangen. Es traf seine Brust und fiel zu Boden. Du hörst mir Augen. Er wandte sich ab und marschierte zurück zu seinem Felsen, aber bevor er ihn erreichen konnte, packte Teddy ihn an der Schulter. Crawley schüttelte die Hand ab, doch er legte sie gleich wieder zurück. Ich werde deine Hand noch einmal wegnehmen, Teddy. Wenn du mich dann nochmal anfasst, breche ich dir etwas in deinem Körper. Er streifte die Hand seines Freundes ab und Teddy legte sie ein drittes Mal zurück. Mit so scharfen Reflexen, dass sie O'Connor überrumpelten, fiel Crawley Hand ab, bevor sie ihn berührte, zog ihn zu sich heran und schlug ihn mit dem Ellenbogen auf die Nase. Der Sargent taumelte nach hinten, seine Augen waren Tränen verschleiert. Bevor er wieder klar sehen konnte, hakte Crawley einen Fuß hinter seinen rechten Knöchel ein und stieß seinen Freund hart in die Brust, wodurch dieser zu Boden ging. O'Connor stürzte und schlug mit dem Po so hart auf dem Felsen auf, dass er vor Schmerz aufschlick. Er stieß sich vom Boden ab, erhob sich auf wackeligen Beinen und sah, dass Crawley wegging. Er untersuchte seine Nase und stellte fest, dass sie nicht gebrochen war. Sie blutete nicht einmal, aber es tat höllisch weh. Wir sind noch nicht fertig mit dem Gespräch, sagte er. Hörten Sie sich zurück, Sergeant, zwäng Sie mich nicht, Ihnen noch mehr weh zu tun. Der Anordnung kann ich nicht nachkommen. Als Crawley sich umdrehte, war Thaddeus bereits in Bewegung. Er stürzte sich auf Crawley und warf ihn mit voller Wucht nieder. Er konnte praktisch hören, wie die Luft aus Crawleys Lungen entwich, als er zu Boden ging. Thaddeus hob eine Hand, um einen Schlag zu landen, aber Crawley plockte ab und schlug selbst zu. Teddys Wange bekam einen Streifhieb ab, aber er schlug auch noch mal zu und traf Crawley direkt auf der Nase, dann folgte ein weiterer Schlag in den Bauch. Crawley fing den dritten Versuch ab und drehte Thaddeus auf den Rücken. Er stürzte sich auf den Sargent und versetzte ihm einen Schlag nach dem anderen, aber Teddy hatte seine Arme zur Verteidigung hochgehoben und musste die meisten Schläge auf seine Unterarme einstecken. Thaddeus konnte auf keinen Fall gewinnen. Zu dieser Erkenntnis war er schon gekommen, bevor er Crawley angestachelt hatte. Aber er wollte auch nicht gewinnen. Zumindest nicht, indem er ihn besiegte. Er fand eine Lücke und schlug schnell zu, aber Crawley lenkte ihn ab, klemmte Teddys rechten Arm unter seinen linken und hob dann seine andere Faust. In Erwartung eines Schlages, der das Gerangel beenden würde, zuckte Teddy zusammen und schloss die Augen. Der Schlag kam nie. Er öffnete die Augen und sah Crawleys Faust noch immer gespannt und bereit, seine Brust hob sich und aus seinem Gesicht kämpften die Gefühle. In diesem Moment wusste Taddeus, dass er die Schlacht verloren, aber den Krieg gewonnen hatte. Crawley hatte sich so verausgabt, wie er es gehofft hatte, bevor er sein hübsches Gesicht ruinierte. Crawley ließ sich neben ihm auf den Boden fallen, immer noch schwer atmend. Teddy drehte sich zu ihm um und entdeckte eine verirrte Träne, die sich ihren Weg über die Seite seines Gesichts bahnte. Ich habe ihr mein Wort gegeben, dass ihr nichts passieren wird. Teddy konnte sich keine Antwort einfallen lassen. Es gab keine angemessene Antwort. Sie lagen eine ganze Minute lang schweigend da, bevor Crawley schließlich aufstand. Teddy setzte sich auf, rührte sich aber nicht weiter. Der Käpt'n stapfte zum Rand des Baches hinunter und schaute dann in den Himmel und schrie. Es war durch den Wald halte und die Vögel von den Bäumen fliegen ließ. Als es endlich verklungen war, sank er auf die Knie und ließ den Kopf hängen. Teddy wollte sich erheben, als eine sanfte Hand seine Schulter berührte. Sie war zurückhaltend, aber nicht aufdringlich. Er schaute auf, in der Erwartung Josephine zu sehen. Es war Maria. Sie war immer noch blutverschmiert, nur ihre Hände waren dank der Operationshandschuhe, die sie jetzt ausgezogen hatte, sauber. Ohne ein Wort zu sagen, ging sie an ihm vorbei und setzte sich neben Crawley. Es gab keinen Wortwechsel zwischen den beiden. Teddy erkannte, dass es keiner Worte bedurfte. Sie hatten beide das Gleiche durchgemacht und erlebten beide die gleichen Gefühle von Verlust und Versagen. Crawleys Kopf neigte sich Der Anblick versetzte Thaddeus einen Stich ins Herz. Leise Schritte hinter ihm ließen den Kopf drehen. Diesmal war es Josephine. Sie hatte das Baby auf dem Arm eingewickelt in ein Handtuch und vergaß dabei, dass er durch seine Geburt zu einem Waisenkind geworden war. Sie lächelte ihn matt an, als sie ebenfalls an ihm vorbeiging. Maria sah auf, als sie sich näherte und als er den Kopf hob, hielt Josephine ihm das schlafende Baby hin. Er erstarrte für einen Moment, dann streckte er seine Arme aus und nahm das Baby. Noch immer standen Tränen in seinen Augen, aber als er in das Gesicht des Babys sah, lächelte Crawley. Er war traurig, aber es war ein Lächeln. Teddy ließ sich wieder hinfallen. Seine Arbeit war getan. In Crawley steckte doch noch etwas Kampfgeist. Hoffentlich würde der für all das ihnen noch bevorstehende ausreichen. Um zu verhindern, dass ihr Leichnam gestört oder ausgegraben wurde, wurde Bonnie auf Wikingerart beigesetzt. Ihr Leichnam wurde auf einem Scheiterhaufen auf einem primitiven Fluss, das die Männer zusammengebaut hatten, angezündet und flussabwärts getrieben. Das geschah mit so wenig Zeremonie wie möglich, da sie weiterziehen mussten. Aber Crawley war der Meinung, dass es das Beste war, was sie unter den gegebenen Umständen tun konnten und besser als das, was irgendeinem seiner gefallenen Männer zuteil geworden war. Als er, Maria und Josephine den Fluss aufgesucht hatten, um sich zu reinigen, waren alle anderen schon aufgestanden und bereit zum Aufbruch. Während Bonnie in den Wehen lag, hatte das Baby Edward in eine Decke eingewickelt und hielt es sicher in einem Bettlaken, dass sie sich um Hals und Schulter geschlungen hatte. Sie war zu einer schützenden Glocke geworden und weigerte sich, das Baby von irgendjemandem halten zu lassen. Natürlich hätte sie Maria oder Crawley erlaubt, ihn zu halten, aber keiner von den beiden war gegenwärtig in der Stimmung, ein Baby zu nehmen. Crawley spürte die Last des Verlustes und des Scheiterns, als er die Gruppe von der Lichtung wegführte. Sie würden parallel zur Straße weitergehen, in der Hoffnung, zu ihr zurückzukehren, wenn das Terrain günstiger war. Irgendwie traf ihn Bonneys Tod härter als der seiner Männer, auf deren möglichen Tod er im Hinterkopf immer vorbereitet war. Bei Bonnie hatte es keine solche Vorbereitung gegeben. So diesen Luxus konnte er sich nicht leisten. Zumindest jetzt noch nicht. Ihr Weg führte sie tiefer in den Wald hinein, und die Vegetation wurde dichter, sodass ihr Vorankommen erschwert wurde. Schon von Weitem hörten sie bellen und heulen, aber es war nur sporadisch zu hören. Crawley stellte sich vor, dass das Alphatier verärgert war, weil es seine Beute verloren hatte. Aber er Jahrzukunft nicht doch noch auf ein ähnliches oder sogar dasselbe Rudel treffen würden. Sie waren drei Stunden unterwegs, bevor Crawley beschloss, dass es Zeit war, sich auszuruhen. Alle, vor allem aber der alte Mann und die Kinder waren sehr müde. Während sie sich ausruhten und Wasser tranken, versammelte Crawley Thaddeus, Dustin und Josephine, die das Baby an Maria übergeben hatte. Chase und Stiles schlossen sich ihnen an. Wie viel Essen haben wir noch? fragte Thaddeus. Ein Tagesvorrat, aber nur, wenn jeder heute Nacht hungrig schlafen geht. Nein. Ich meine, wir können den alten Leuten Kindern etwas zu essen geben und die Erwachsene auslassen, aber es wird eine schwierige Aufteilung sein. Nein, es war für alle ein langer Tag, sie verdienen es, mit gefülltem Magen zu schlafen. Crawley, wir haben hier nur begrenzte Vorräte. Vom ersten Tag an hatten wir nur zu essen, das steht nicht zur Debatte. Ja, Sir, murmelte Teddy widerwillig. Josephine, was können wir mit dem Baby machen, um es zu füttern, meine ich. Zum Glück hatte Maria eine Babyflasche und eine Dose Milchnahrung in ihrem Vorrat. Davon sollte er eine Woche lang satt werden, aber wir werden bald mehr brauchen. Crawley nickte. Wie sieht es mit unseren Munitionsvorräten aus? Ich habe eine Zählung durchgeführt. Diesmal war es. Stiles hier sprach. Ein paar von uns haben fast keine Munition mehr für die Sturmgewehre und müssen vielleicht schon bald auf Pistolen umsteigen. Selbst wenn wir morgen das Glück haben, den Hunden aus dem Weg zu gehen, müssen wir uns vielleicht schon Gedanken über Behelfswaffen machen. Und das würde eine Menge Glück erfordern. Mehr Glück als wir bisher hatten, sagte Crawley bitter. Aber wir brauchen kein Glück, wir brauchen Planung. Wir sind mitten im Wald und werden gejagt, soweit wir wissen. Welchen Plan könnten wir schon zu diesem Zeitpunkt haben? fragte Dustin und beugte sich Josephine vor. Und wo sind wir überhaupt? Bist du nicht diejenige, die uns den Weg zeigt? Sie sah auf, als sie merkte, dass er mit dir sprach. Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? fragte Dustin sarkastisch. Habe ich mich unklar ausgedrückt oder was? schnorzte Josephine. Jetzt, wo wir aus der Stadt raus sind, weiß ich genauso viel wie du, Soldatenjunge. Dustin lehnte sich zurück, schockiert über ihren plötzlichen Ausbruch. Entschuldigung, das war unangebracht. Nein, er hat es gewissermaßen so gewollt, sagte Crowley trocken. Ja, ich habe es so gewollt, stimmte Dustin so. Du hast heute schon viel durchgemacht, da verdienst du nicht auch noch meinen Scheiß. Ich brauche eine Pause, sagte Josephine. Wir alle können, sonst haben wir keine Chance, sagte Crowley. Wir folgen immer noch dem Kompass, sagte Thaddeus. In ein paar Meilen sollten wir wieder auf der Straße sein, aber wir können die Zivilisten nicht mehr lange mitschleppen. Vielleicht hätten wir einfach am Fluss kampieren sollen. Negativ, mit dem Rücken zum Wasser wäre ein guter Ort für einen Hinterhalt, sagte Crowley. 2013? fragte Thaddeus. Crowley nickte. Was ist 2013 passiert? fragte Josephine. Lange Geschichte, sagte Crowley. Nebenbei die Geschichte, die dir eine doppelte Beförderung einbrachte. Thaddeus zuckte mit den Schultern. Ich meine ja nur. Wir holen uns noch zehn Minuten aus, dann gehen wir weiter, sagte Crowley. Er winkte mit der Hand und entließ ihn. Alle ließen ihn in Ruhe, außer Josephine. Ein Teil von ihm wollte sie bitten, ebenfalls zu gehen. Aber er konnte sich nicht überwinden, das zu sagen. Er lehnte sich an den Baum zurück, unter dem hörte er, wie sie aufstand und sich entfernte. Und er bedauerte plötzlich, dass er nichts gesagt hatte. Das hätte er nicht müssen. Innerhalb von Sekunden war sie zurück und tockte sich neben ihn, das Baby in der Armbeuge und eine EPA in der freien Hand. Sie gab ihm das Essenspaket. Nimm es, du musst essen. Josephine, ich bin ich. Das war keine Bitte. Crowley lächelte schwach, setzte sich aber auf und nahm es ihr ab. Sie setzte sich neben ihn. Es waren Spaghetti mit Fleischbällchen. Ohne zu zögern stürzte er sich darauf und vergaß schnell, dass er gerade behaupten wollte, er habe keinen Hunger. Erst als er die Hälfte des Folientellers abgeräumt hatte, wurde er langsamer. Nachdenklich betrachtete er das Baby in ihren Armen. Was sollen wir mit ihm machen? Wo kriegen wir Wendeln und Kleidung her? Warum kann er schlafen? Der kleine Edward? Sie lachte. Mach dir keine Sorgen um ihn. Maria und ich haben es im Griff. Es wird nicht einfach sein, aber gemeinsam werden wir es schon schaffen. Kümmere du dich nur um den großen Edward. Dem großen Edward wird es auch gut gehen. Aber wenn ich mich nicht irre, hast du auch noch nichts gegessen. Ich bin nicht hungrig. Sie lächelte. weiß, dass ich das nicht getan hätte. Das war die letzte. Du brauchst sie eher als ich. Thaddeus wird unterwegs vielleicht auch noch ein paar Süßigkeiten mit ihr teilen. Crawley starte weiterhin ausdruckslos vor sich hin. Das ist das erste Mal, dass du heute etwas isst. Ich habe im Morgen grauen gegessen, Crawley. Wir werden nicht darüber diskutieren. Hartnäckig legte er die Gabel weg und hielt ihr den Teller hin. Ein Drittel der Mahlzeit war noch übrig. Essen sofort. Als sie zögerte, nahm er einen Bissen und hielt ihn ihr nahe an den Mund. Crawley erhob befehlend eine Augenbraue. Tja, das funktioniert bei mir nicht. Crawley seufzte. Mehr zuliebe. Sie tat es und ließ sich von ihm eine Gabel vollgeben. Dann wieder und wieder bis der Teller leer war. Bist du jetzt zufrieden? Überaus. Er schaut auf seine Uhr. Du solltest ihn wahrscheinlich zu Maria bringen, wenn wir bald aufbrechen wollen. Sie wollte aufstehen, aber er hielt ihren Arm fest. Warte, sagt er, komm her. Er umfasste ihr Gesicht und zog sie an sich, wobei er darauf achtete, das schlafende Baby nicht zu stören. Er küsste sie und holte tief Luft, um sich zu beruhigen, als eine intensive Welle von Gefühlen, die er bis dahin unterdrückt hatte, ihn zu überschwemmen drohte. Er zog sich zurück, hielt sie aber fest und schaute ihr tief in die Augen. Ich werde nicht zulassen, dass dir etwas zustößt, Joe, sagte er. Das schwöre ich bei meinem Leben. Sie küsste ihn. Er erwartete, dass sie sagen würde, dass sie das wusste oder dass sie ihm glaubte. Womit er überhaupt nicht rechnete, war, dass sie sagte, das gilt auch für dich, Crawley. Er wusste, dass es das Beste war, was sie hatte sagen können und er lächelte. Ich sollte wohl ja, das sollten wir. Er stand auf und bot ihr seine Hand an, um ihr aufzuhelfen. Sie nahm sie. Das zweite Mal, dass du mich Joe nennst, bemerkte sie. Willst du, dass ich damit aufhöre? Nein, ich habe festgestellt, dass es mir gefällt. Kapitel 5 Thaddeus trat im Gleichschnitt neben Crawley. Seid, der Schlägerei hatten sie nicht mehr miteinander gesprochen. Nicht, dass Crawley das Bedürfnis gehabt hätte, darüber zu sprechen. Thaddeus hingegen schon. Das zeigte sich in der Art, wie er sich näherte. Hey, Mann. Teddy, sagte Crawley und drehte sich um, um ihn anzusehen. Er konnte nicht vermeiden, seine geschwollene Nase zu sehen und zuckte zusammen. Tut mir leid. O'Connor zuckte mit den Schultern. Ich habe es so gewollt. Es war gut, dass du das getan hast. Ich habe es gebraucht. Also, alles wieder gut zwischen uns? Natürlich, sagt Crawley. Ich sollte dich fragen. Du bist der jenige, der die Prügel kassiert hat. Ich habe dich praktisch platt gemacht. gedacht. Ich will nicht so weit gehen, es als platt machen zu bezeichnen, aber ja, du hast mich klein gekriegt. Wenn es dich tröstet, das wird nicht die Geschichte sein, die ich erzähle, wenn ich sie erzähle. Ach, das spielt keine Rolle, Boss. Der Sieger kann sie erzählen, wie er will. Davon abgesehen, geht es dir jetzt gut? Crawley hielt inne. Er konnte nicht lügen, nicht gegenüber Thaddeus. Ech, ein Schuss durchbrach die Stille des Waldes. Der Schuss kam aus einer Schrotflinte und kam aus der Richtung vor ihn. Die Soldaten heuchten auf und Schreie ertönten, als sich die Zivilisten hinter ihnen zusammenrotteten. Mit gezogener Pistole drängte Crawley nach vorne und sah gerade noch rechtzeitig, wie ein Mann hinter einem Baum auftauchte. Er hatte eine doppelläufige Schrotflinte, lässig in der Beuge seines Arms liegen, eine Hand am Abzug. Kein Schritt weiter! Er war ein großer, bärtiger Mann mit muskulöser Statur und vollem dunkelblondem Haar. Er hatte ein hartes Äußeres, trug ein Hemd und eine kakifarbene Hose, die von Hosenträgern gehalten wurde. Irgendetwas an ihm verriet Crawley, dass er schon seit einiger Zeit keinen Kontakt mehr zu anderen Menschen hatte. Hallo, mein Freund, sagte Crawley und ließ seine Pistole sinken. Er machte einen Schritt nach vorne und der Mann richtete seine Schrotflinte auf ihn. Sofort richteten sich 13 Gewehre auf den Mann. Kühl wie eine Meeresbrise betrachtete er die Männer, einen nach dem anderen. Crawley hob die Hand. Nicht schießen. Die Waffen wurden gesenkt, aber die Schrotflinte des Mannes war immer noch in Crawleys Richtung gerichtet. Thaddeus, der neben ihm stand, wurde unruhig. Crawley blieb unbeeindruckt. Ich bin Captain Ed Crawley. Er wartete darauf, dass der Mann sich vorstellte, aber er schien nicht an Formalitäten interessiert zu sein. Was machen sie hier draußen? fragte Crawley. Wir haben keine anderen Überlebenden in der Nähe bemerkt. Überlebende? Ich bin kein Überlebender. Ich lebe hier, Robin Hood, und du und deine fröhliche Bande Fußvolk sind unbefugt eingetrunken. Sie leben im Wald? Ja, hast du ein Problem damit? Nein, überhaupt kein Problem. Der Mann senkte seine Waffe. Wenn sie uns vielleicht den nächstgelegenen Weg zurück zur Hauptstraße zeigen könnten, dann kommen wir ihnen nicht in die Quere, sagte Crawley. Wir sind auf dem Weg zurück zur Basis, etwa 15 Meilen von hier. Der Mann beäugte sie misstrauisch, als ob er nach Lücken in Crawleys Geschichte suchte. Da drüben ist ein Pfad, sagte er schließlich und ruckte mit dem Kopf nach links. Er führt direkt zur Straße zurück. Danke. Ich war noch nicht fertig. Teddeus verkrampfte sich, aber bevor er etwas Dummes tun konnte, hielt Crawley ihn mit seinem Ellbogen zurück. Wenn der Mann besorgt war, zeigte er es nicht. Aber er bemerkte es. Seine Augen verweilten auf Teddy, fast als wolle er ihn herausfordern. Es wird Nacht, bevor ihr die Straße erreicht und selbst dann gibt es keine Deckung, falls ihr Danke, das weiß ich zu schätzen, sagte Crawley. Wir kommen schon klar. Er wollte sich gerade wieder seinen Männern zuwenden, als der Mann weitersprach. Ich schätze, sagte er und sah nachdenklich aus, als Crawley sich umdrehte. Ich schätze, ihr könntet mir vielleicht zu meiner Hütte folgen, nur für eine Nacht. Sie ist groß, ihr solltet alle hineinpassen, aber wenn es zu eng wird, hat die Veranda ein Dach, versprecht mir nur, dass ihr gleich morgen früh abreißt. Crawley spürte, dass sich der Mann trotz seiner Angeberei und Schroffheit nach menschlichem Kontakt sehnte. Wie weit ist es noch? Wir können es uns nicht leisten, zu weit von unserer Route abzuweichen. Nur zehn Minuten Fußweg. Crawley wog den Mann und sein Angebot ab, während Teddy fast von einem Fuß auf den anderen hüpfte, weil er etwas sagen musste. Angesichts der nahenden Dämmerung und der Aussicht in der Dunkelheit und Kälte mit müden und hungrigen Zivilisten im Schlepptau durch den Wald ziehen zu müssen, macht es keinen Sinn, das Angebot abzulehnen. In Ordnung, wir werden ihr großzügiges Angebot annehmen. Connor stupste ihn eindringlich an, aber Crawley ignorierte ihn. Ich danke ihn. Der Sergeant verzichtete auf alle Versuche warum er mit einer Schrotflinte im Wald herumläuft. Willst du ihm wirklich trauen? Ich lade euch alle und eure Waffen in mein Haus ein, ohne zu wissen, was für Leute ihr seid. Wer von uns sollte also mehr Angst vor dem anderen haben? Steuerte der Mann bei. Crawley hob die Stirn, um seine Zustimmung zu bekunden und Teddy funkelte ihn an. Es ist nur für eine Nacht, Teddy. Na gut, aber ich traue ihm nicht. Er stellte sicher, dass seine Worte die Ohren des Mannes erreichten. Gott, ich traue dir auch nicht, gab dir zurück. Teddy machte einen Schritt auf den Mann zu. Ich sagte keine Bewegung, schrie der Fremde und schwang seine Waffe gegen ihn. Mensch, so ein schrie Taddeus bereit zum Angriff. Crawley packte ihn an der Brust und hielt ihn zurück, die Augen auf eine Stelle zwei Fuß vor ihm gerichtet. Im schwindenden Licht sah er einen dünnen Draht, der parallel zum Boden in etwa zwölf Zoll Höhe gespannt war. Ein Stolpertrat. Einer, über den seine Männer gestolpert wären, wenn der Mann nicht in dem Moment vorhin aufgetaucht wäre. Connor versuchte weiterhin sich zu befreien. Teddy, schau! Das Gesicht des Sergeants verblasste. Der Mann zuckte mit Fenster tragen müssen, aber du siehst ja, ich bin ein netter Kerl. Du hättest uns das gleich am Anfang sagen können. Warum? Ich vertraue dir genauso wenig wie du mir. Er zuckte mit den Schultern. Bevor ihr jetzt gleich eine der anderen Fallen auslöst, folgt mir bitte. Bleibt alle nah aneinander und tretet dorthin, wo ich hintrete. Ohne auf sie zu warten, als sie die Falle umgingen, begann er zu gehen. Er genoss es, das konnte Crowley sehen, das Gefühl der Kontrolle. Kein Wunder, dass ihn die bewaffneten Truppen vor seiner Haustür nicht störten. Das Wissen, dass er sie nur in die falsche Richtung zu führen brauchte, um seine Fallen auszulösen, war ein ziemlich gutes Sicherheitsnetz. Wenn ich in dem Waldhaus dieses verrückten Arschlochs zurück, während er immer tiefer in den Wald vortrang, so sicher wie jemand, der in seiner Wohnung von der Küche ins Wohnzimmer geht. Ihr solltet euch beeilen, wenn ihr nicht als Wolfsdinner enden wollt, rief er über seine Schulter. Zivilisten und Soldaten hielten sich gleichermaßen von dem einschüchternden Förster fern, aber Crowley war neugierig auf ihn, er hatte Fragen. Deshalb machte er sich auf den Weg nach vorne, um neben dem Mann zu gehen. Hast du was? Nur Fragen. Ja, ich wette, die hast du, sagt der Mann. Ein verrückter Mann mit einer Schrotflinte, der hier draußen im Wald mitten in einer Hundeapokalypse lebt, wirft sicherlich die eine oder andere Frage auf. Für mich sehst du nicht nach verrückt aus. Das tun die meisten Serienmörder auch nicht. Das ist in der Tat ein gutes Argument. Ich wette, dein Freund da drüben würde mir zustimmen. Das ist wahr. Es hatte keinen Sinn, es zu leugnen. Also, lass hören, deine Fragen meine ich. Wie heißen sie? Ich heiße Jeff Ryan. Wirklich? Crawley verzog eine Miene. Sie sind der Herr des Waldes und ihr Name ist Jeff? Der Mann lachte herzhaft. Ja, kein Lord, nur ein Typ. Wie lange leben Sie schon hier? Das war früher mein Ferienhaus. Ich habe es zu meinem täglichen Zuhause gemacht, als die Welt durchdrehte, sagte er. Seitdem habe ich alles im Radio verfolgt und getan, was jeder Mann tut, der etwas auf sich hält. Ich habe mich daran gemacht, mein Zuhause zu verteidigen. So lange sind Sie schon hier? Ich war Und ihre Familie? Hatte nie eine. Ich habe nie eine gebraucht. Menschen bremsen nicht aus. Weißt du, was ich meine? Du solltest wissen, was ich meine. Er nickte in Richtung der Menschenmenge hinter ihn. Das tue ich. Trotzdem muss es hier draußen einsam sein. Ja, vor allem, weil der beste Freund des Menschen sich in seinen schlimmsten Albtraum verwandelt hat. Ich schätze, es ist scheiße, dass ich kein Katzenmensch bin. Aber was hat das alles für einen Sinn, wenn man niemanden hat, mit dem man es teilen kann? Crawley war aufrichtig neugierig auf die Denkweise des Einzelgängers. Er hatte den Gedanken daran, was er tun würde, wenn er aus dem Dienst von Uncle Sam ausschied, lange vor sich her geschoben. Aber gelegentlich fragte er sich, wo er wohl enden würde, wenn er keine andere Frau kennenlernte. Du willst einen Sinn? Ich wache auf, schieße ein paar Wölfe oder gelegentlich einen Hund, frühstücke, gehe angeln, schaue nach meinen Fallen und schieße noch mehr. Noch ein paar Wölfe oder Hunde, ich hab's kapiert, sagte Crawley. Das erklärt, warum wir keinen Hunden mehr begegnet sind, seit die uns aus der Stadt gejagt haben. Sie und die Wölfe halten sie in Schach. Na, du scheinst ja sehr schnell zu lernen. Dieser Teil des Waldes ist Wolfsgebiet, aber meine kleine Ecke gehört mir und ich bewahre sie so, wie es mir gefällt. Ich respektiere das. Sie hörten aufzureden, als sie eine Lichtung erreichten und eine große Blockhütte in Sicht kam. Sie war zwar überdurchschnittlich groß, aber ansonsten ein ganz normales altes Blockhaus. Auf dem Dach befanden sich Sonnenkollektoren und Satellitenantennen. Ein etwa zwei Meter hoher Holzzaun umgab die Hütte in einem Abstand von 20 Metern zum Gebäude. Der Zauan war mit vier Fuß langen angespitzten Pfählen gesäumt. Sie waren etwa alle zwei Meter in den Boden gerammt worden und standen in einem Winkel von 45 Grad zum Zaunsockel. Die einzige freie Stelle war das hohe etwa autobreite Metalltor, das mit einer beeindruckenden Krone aus Stacheldraht versehen war. Crawley war erstaunt, wie viel Arbeit in die Abwehrmaßnahmen gesteckt worden war. Jeff ging vor ihnen her und blieb am Tor stehen. Er griff ihn durch und Crawley hörte Ketten rasseln. Dann zog der Waldbewohner das Tor auf. Mit einem Lächeln im Gesicht winkte er sie durch. Willkommen in meiner bescheidenen Behausung. In diesem Hof sind Sie vollkommen sicher. Hundertprozentig. Sie können sich entspannen. Er entdeckte Thaddeus, der das Schlusslicht bildete, die Hände immer noch an seiner Waffe und die Augen auf ihn gerichtet. Oder auch nicht. Crawley half, alle durchzuschleusen und sah sich dann auf dem Hof um. Alle Hunde, die es schafften, den Stacheln auf der Außenseite auszuweichen und über den Zaun zu sprengen, würden eine böse Überraschung erleben. Denn drinnen gab es noch mehr. Diese befanden sich in zwei Reihen im Abstand von einem halben Fuß, aber in einem 90-Grad-Winkel nach oben gerichtet. Wer oder was auch immer von oben herunter fiel, musste verdammt viel Glück haben, um nicht zum größten Schaschlik der Welt zu werden. Captain, rief O'Connor, als ihr Gastgeber begann, das Tor zu schließen, wollen Sie, dass jemand im Umkreis patrouilliert? Nein, Teddy, alle bleiben drin, heute Nacht schlafen wir alle. Jeff schloss das Tor und wickelte die Kette um einen Metallpfosten, bevor er sich umdrehte und an der Menge von Zivilisten und Soldaten vorbeiging. Er hüpfte die Stufen zur Eingangstür hinauf und verschwand darin. Die Tür offen zu lassen war die einzige weitere Einladung, die er aussprach. Crawley ging als erster hinein und spürte das Zögern der Soldaten und Zivilisten. Er war sich sicher, dass Jeff sie nicht den ganzen Weg bis zur Hütte gebracht hatte, um ihnen in irgendeiner Weise zu schaden, seine Sprengfallen hätten das übernommen, wenn er ihnen etwas Böses gewollt hätte. Die Tür öffnete sich zu einem großen Wohnzimmer mit einem Kamin an einem Ende. Jeff war auf den Knien und schürte das Feuer und als die Gruppe zog seine Aufmerksamkeit auf sich. Er zeigte Jeff und einen anderen Mann von ähnlicher Statur und mit demselben blonden Haar beide in Jagdausrüstung, zwischen ihnen und ein toter Elch auf dem Boden. Im Hintergrund war die Hütte zu sehen, in der sie standen. Als das Feuer loderte, stand Jeff auf. Erfüllt euch wie zu Hause, ich ziehe mich jetzt um, ich habe bereits den Generator angeworfen und in der Küche gibt es einen Stapel gefrorener Pizzen in der Gefriertruhe, sowie eine Mikrowelle und er ging auf die Treppe auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes zu. Sie sind schon einen Monat abgelaufen, es ist also kein Akt der Freundlichkeit. Verteilt euch, hinter dieser Tür ist ein weiteres Wohnzimmer und dann die Küche. Als er sich aus dem Blickfeld zurückzog, nahm Teddy Crowley ins Visier, packte ihn am Arm und zerrte ihn in eine Ecke. Was ist Teddy? Bist du noch bei Trost? Wir sind im Wohnzimmer eines Typen, auf den wir im Wald gestoßen sind, umgeben von Gott weiß wie vielen fallen. Das ist eine Möglichkeit, es zu betrachten. Eine andere wäre, dass wir an einem sicheren Ort sind, mit einem Dach über dem Kopf und nicht nur Mauern, sondern auch Fallen, um die Hunde fernzuhalten. Wir sollten ihm dankbar sein. Er könnte verrückt sein, Crowley. Tja, ich bezweifle nicht, dass er ein bisschen verrückt ist, aber ich wäre heute Abend lieber hier drin, als da draußen. Und nicht auch? Gegen diese Logik konnte Teddy nichts einwenden. Gut, such dir zwei Männer zum Pizzabacken aus. Da drüben steht ein Sofa auf dem mein Name steht. Ohne einen Protest von Teddy abzuwarten, ließ sich Crowley mit einem tiefen Seufzer auf das Sofa fallen. Die Überlebenden und einige Soldaten folgten seinem Beispiel und setzten sich entweder auf Sessel oder auf den Teppich, der den größten Teil des Holzbodens bedeckte, und ließen ihrer Müdigkeit freien Lauf. Wenige Augenblicke später kehrte Jeff in frischer Kleidung zurück. Also, wo sind die Frisalien? Es dauerte über eine Stunde, um die Pizzen aufzuwärmen und an alle zu verteilen. Die Stücke verschwanden fast so schnell, wie sie ausgeteilt wurden. Jeff war offensichtlich gut gelaunt und erzählte denen, die zuhören wollten, Geschichten von seinem Überleben. Für Crowley war klar, dass er die Gesellschaft genoss. Als der letzte Pizzastapel ankam, waren alle lockerer geworden und unterhielten sich frei untereinander. Josephine stillte das schlafende Baby und hatte sich zu Crowley auf das Sofa gesetzt. Sie schien damit zufrieden zu sein, einfach in seiner Nähe sein zu können, und das gefiel ihm gut. Thaddeus, der sich offenbar nicht entspannen konnte und kein Vertrauen in den Gastgeber fasste, stand am Fenster und hielt seine Waffe in der Hand. Jeff, dessen Zunge inzwischen von dem Selbstgebrauten, das er zusammen mit der Pizza verteilt hatte, geschmiert war, wurde bei seinen Geschichten lauter und unverschämter, und je mehr Aufmerksamkeit er bekam, desto mehr schien Teddy sich aufzuregen. Schließlich brach die Nacht herein, und Jeff beendete seine Erzählungen und stand auf. Es ist schon spät und ihr hattet alle einen langen Tag. Es gibt nur drei Gästezimmer, aber ich nehme an, einige von euch können sich hier im Wohnzimmer aufs Ohr legen. Danke, Jeff, sagte Crowley. Wir reservieren die Betten für die Senioren, die Frauen und die Kinder. Der Rest von uns kann hier draußen kampieren. Hä, wer nennst du hier, Senior? fragte Mr. Cortez. Wählst du das Bett oder nicht, alter Mann? fragte Josephine. Natürlich tue ich das, bin ich vielleicht verrückt? antwortete ihr Großvater. Dann wollen wir dich mal aufrichten, sagte Josephine. Sie reichte das schlafende Baby Edward an Maria weiter. Folgen Sie mir bitte, sagte Jeff, als er die Treppe hinaufstieg. Habt alle eine gute Nacht, ich schicke euch ein paar Decken und anderes Zeug runter. Josephine führte ihren Großvater und die Frauen die Treppe hinauf. Crowley beobachtete sie, bis sie außer Sichtweite waren. Dann drehte er sich um und fand Teddy O'Connor, der mit der Waffe in der Hand dorthin starrte, wo Jeff gestanden hatte. Wenn du dich dann besser fühlst, teile ein paar Männer ein, damit sie in zwei Stunden Schichten oben Wache halten und dafür sorgen, dass Jeff sich zurückhält. Ich übernehme sogar die erste Wache, wenn du mir nur die verdammte Waffe über Nacht weglegst, okay? Thaddeus nickte und benannte zwei Soldaten für die Schichten. Josephine kam zehn Minuten darauf mit einem Stapel Decken und Kissen zurück. Sie schaute zu Crowley, um Anweisungen zu erhalten. Gib sie deinen Leuten, meine Männer kommen ohne aus. Wie er teilen kann, soll es tun. Während sie sich darum kümmerte, setzte er sich auf die Fensterbank des Erkers. Nach einer Weile kehrte sie mit leeren Händen zu ihm zurück. Anscheinend haben mein Großvater und Irene beschlossen, ein Bett zu teilen. Weißt du, was das bedeutet? Dass du bald eine neue Stiefgroßmutter haben wirst? Ist das dein Ernst, Crowley? Sie starrte ihn an. Nein, ekelhaft. Sie werden an gegen überliegenden Enden schlafen. Das heißt aber, oben ist ein Bett frei. Na, dann sollten es die Kinder bekommen. Ihr Blick wurde härter. Sie trat zur Seite und zeigte auf die Kinder, die vor dem Fernseher saßen und Zeichentrickfilme von einer alten VHS schauten, ohne zu wissen, was vor sich ging. Josephine hatte Decken und Kissen um sie gelegt. Einige schliefen bereits. Sieht es so aus, als würden sie sich in nächster Zeit von dort weg bewegen? Nein, Ma'am, sagte Crowley. Okay, ich denke, wir können das Schlafzimmer für uns beanspruchen. Bist du sicher, dass du es nicht für dich allein haben willst? Ich meine, ich glaube, die Zeit der Diskretion ist vorbei, oder? sagte sie mit einem verhuchten Lächeln. Ich glaube, es hat sich herumgesprochen. Crowley spürte, wie sich seine Wangen ein wenig erhitzten. Wahrscheinlich. Okay, aber ich übernehme oben die erste Schicht, also wirst du es ein paar Stunden ohne mich genießen müssen. Du bist der Käpt'n einer ganzen Truppe. Warum macht das nicht jemand anders? Ich weiß, ich möchte es. Ich brauche etwas Zeit zum verarbeiten. Okay, sagte sie achselzuckend. Aber lass mich nicht zu lange warten. Sie begann, sich abzuwenden. Ich habe nicht gesagt, dass ich allein sein will. Er klopfte auf die Fensterbank. Setz dich zu mir, bitte. Sie setzte sich. Keiner von ihnen sprach, und das einzige Geräusch in der Hütte kam von Bugs Bunny und seinen Freunden aus dem Fernseher. Die meisten Zivilisten und Soldaten hatten sich für die Nacht eingerichtet. Entweder schliefen sie bereits oder waren im Begriff, einzuschlafen. Draußen heulte in der Ferne ein Wolf. Hast du Angst? fragte Crowley. Vor den Monstern da draußen? fragte sie nicht so sehr wie früher. Was hat sich geändert? Ich habe dich kennengelernt. Nun, das ist eine ziemliche Überschätzung meiner Fähigkeiten. Ganz und gar nicht. Es geht nicht nur um deine militärischen Fähigkeiten. Du hast so eine Art, die Menschen zu beruhigen, sogar inmitten eines Sturms. Sich wohlzufühlen hat noch nie einen Sturm aufgehalten. Stimmt, aber es ist besser, als in Angst zu erstarren. Bis ihr gekommen seid, um uns zu evakuieren, dachten wir, es sei unmöglich, hier rauszukommen. Und jetzt? Nun, abgesehen von den Verlusten, die wir erlitten haben, gibt es immer noch Hoffnung. Nach ein paar weiteren Minuten ging Crowley nach oben, um den Flur zu beobachten. Er setzte sich auf einen Küchenstuhl am Ende eines langen Ganges, während Josephine zurückblieb, um zu warten, bis die letzten Kinder eingeschlafen waren und den Fernseher ausschaltete. Sie winkte ihm aufmunternd zu, als sie zehn Minuten später die Treppe hinaufkam und in das Zimmer ging, das man ihnen überlassen hatte. Crowley lächelte schwach, als er darüber nachdachte, wohin das alles führen würde. Würden er und Josephine ein Paar werden? Er dachte schon, aber das hing natürlich davon ab, ob sie die nächsten Tage überlebten oder nicht. Und was genau würde es bedeuten, in den neuen Rabbit States of America ein Paar zu werden? Der Rest seiner Schicht verging wie im Flug und als Chase ihn schließlich ablöste, dachte er, Josephine würde bestimmt schon schlafen. Sie tat es nicht. Sie stand am Fenster und warf einen Blick auf den schwachen Mondschein. Ich dachte, du würdest nie kommen, sagte sie, ohne sich umzudrehen. Ihre Stimme klang verheißungsvoll und Crowley zog sich in Rekordzeit seine Uniform aus. Sie drehte sich um, als er nur noch seine Unterhose trug. Mit einem leisen Lachen begann sie, sich das T-Shirt auszuziehen, aber er kam näher, bevor sie weitermachen konnte. Erlauben Sie? Sie nickte. Er legte seine Hände auf ihre Taille und zog sie näher an sich heran, verkrub sein Gesicht in ihrer Halsbeuge, während er sie einatmete. Langsam hob er ihr Oberteil an und bewegte sich, als hätte er alle Zeit der Welt. In allem, was er tat, steckte Absicht. In jedem seiner Atemzüge. Jeder Bewegung seiner Hände und Finger. Er warf ihr Shirt auf das Bett und öffnete mit einer geübten Bewegung ihren BH, sodass er von ihren Schultern zu ihren Füßen fiel. Immer noch in ihren Nacken hauchend, wanderte er mit seinen Händen hinunter zu ihrer Jeans, knöpfte sie auf und zog den Reißverschluss herunter. Sie stöhnte auf, als seine Hände über ihren Hintern fuhren und ihre Jeans und ihr Slip über ihre seidige Haut gleiten ließen. Als er sich wieder aufrichtete, kickte sie sie weg, presste ihre Lippen auf seine und sie küßten sich zärtlich. Er verharrte in dem Kuss und schob sie nach hinten, bis ihre Waden gegen das Bett stießen. Dann nahm er sie an der Taille und ließ sie sanft hinunter, wobei er seinen Arm ausstreckte, um ihr Gewicht zu stützen. Er nahm sich einen Moment Zeit, um die Decke über sie zu ziehen, bevor er sich neben sie fallen ließ. Sie rollte sich in seine Arme und er legte sie schützend um sie, während sie ihren Kopf an seine Brust schmiegte. Gute Nacht, Crony. Verwirrt und sich fragend, ob er die Signale falsch gedeutet hatte, hielt er inne und wartete auf ein Zeichen, dass es weitergehen würde, aber alles, was geschah, war, dass sich ihre Atmung beruhigte. Er atmete den Duft ihres Haares ein, schloss die Augen und fand sich vorerst damit ab, sie in seinen Armen zu halten. Gute Nacht, Josephine. Eine weitere Minute verging und er wollte gerade einschlafen, als er spürte, wie ihre Hand nach unten griff und am Bund seiner Shorts zupfte. Er riss die Augen auf. Joe? Hm? Schlaf? Nein. Sie griff in seine Unterhose. Joe? Ihre warme Hand schloss sich um sein Gemächt. Hm, scheiße. Kapitel 6 Als Crony am nächsten Morgen die Augen öffnete, lag Josephine immer noch neben ihm. Es war ein Anblick, an den er sich langsam gewöhnte und er stellte fest, dass er kein Problem damit hatte. Sie hatte ihm den Rücken zugewandt, ihre Hand hielt den Arm, den er in der Nacht über sie gelegt hatte. Er erinnerte sich an die kulminierenden Ereignisse der vergangenen Nacht, spürte die Wärme ihres Körpers an seinem und fühlte eine Erregung zwischen seinen Beinen, die seine Aufmerksamkeit auf seine fehlende Unterwäsche lenkte. Er war sich der körperlichen Wirkung bewusst, die sie auf ihn hatte, konzentrierte sich daher auf ihre Beziehung. Josephine war seiner Ansicht nach in jeder Hinsicht unglaublich. Gemessen an Mitgliedern des anderen Geschlechts. Sie war sexy, kompetent, einfühlsam und feurig. Sie schien mit allem fertig zu werden, was ihr im Leben begegnete, sei es, dass sie einfach nur da saß und ihm zuhörte, wenn er sich etwas von der Seele redete oder eine Krise bewältigte. Sie war erstaunlich. Und der Beweis dafür, wie erstaunlich sie war, war, dass er jetzt in einer Welt, die aus den Fugen geraten war und seit dem Tod seiner Tochter mehr Glück als je zuvor empfand. Crawley war dankbar dafür, dass er sie gefunden hatte und die Tatsache, dass er alles verloren hatte, was ihm in der Vergangenheit lieb und teuer gewesen war, schreckte ihn nicht ab. Nicht im Geringsten. Wenn überhaupt, dann motivierte es ihn. Er war fest entschlossen, sie zu behalten, egal was passierte. Er würde nicht noch einmal versagen. Draußen vor dem Fenster war alles still, bis auf das Zwitschern der Vögel und ein regelmäßiges, dumpfes Geräusch. Ein Geräusch, das von hinter dem Haus zu kommen schien. Er beschloss, der Sache auf den Grund zu gehen und schlüpfte vorsichtig aus dem Bett, wobei er ihr kurzerhand den Arm aus der Hand nahm. Doch als seine Füße den Boden berührten, regte sie sich. Bewege deinen Arsch wieder hier rein. Er seufzte. Es kostete ihn all seinen Willen, nicht nachzugeben. Ich kann nicht, Joe. Es ist morgen. Ich muss noch etwas erledigen. Sie wollte aufstehen, aber er hielt sie mit einer Hand an der Schulter zurück. Ich habe etwas zu tun. Du darfst noch ein paar Stunden schlafen. Und das solltest du auch. Befehl des Captains. Nei, ei, Captain, murmelte sie und ließ sich wieder niedergleiten. Er erhob sich vom Bett, zog sich an und beobachtete, wie sich ihre Atmung beruhigte, bevor er sich leise aus dem Zimmer, die Treppe hinunter und in die Küche schlich. Das dumpfe Geräusch war hier lauter und er stieß die Tür auf, woraufhin er Jeff zu sehen bekam, der mit einer Axt in der Hand neben einem großen Hackblock stand. Daneben zwei Stapel Holz, einer von vor und einer von danach, zu seiner linken und rechten. Ein paar Fuß hinter dem Stumpf stand ein grob gezimmelter Tisch mit einer Kreissäge. Er war bis zur Taille entkleidet und sein muskulöser Körper war mit einem Schweißfilm überzogen. Er erinnerte Crawley an einen Wikinger. Es fehlten ihm nur noch die langen Haare und ein gehörnter Helm. Also das erklärt die Muskeln, kommentierte Crawley. Ich wusste, dass der regelmäßige Kampf mit den tollwütigen Hunden nicht alles war, was es brauchte. Sie sind keine große Herausforderung, wenn man die richtige Strategie wählt, sagte Jeff und zuckte lässig mit den Schultern. Die Strategie ist, sich verdammt nochmal aus ihrer Reichweite herauszuhalten. Das Holzhacken ist notwendig und ich muss mich irgendwie fit halten. Er sagte das so, als wäre er nur einen Schritt von Übergewicht entfernt und nicht der 1,90 große Hühne, der er war. Bei einem Armdrücken mit ihm wäre sich Crawley seiner Chancen nicht sicher gewesen. Teddy wäre wahrscheinlich in der Lage gewesen, ihn zu besiegen und hätte die Chance zweifellos ergriffen. Das ist eine ganz schöne Menge Brennholz, sagte Crawley. Jeff nickte. Es ist nicht alles Brennholz. Hinter dem Tisch sah Crawley einen weiteren Stapel gleichmäßig zugeschnittenen Holzes, das etwa vier Fuß lang war. Sie machen Flöcke für eine Falle. Du bist ein schlaues Kerlchen? Er nickte zustimmend. Ja, die sind verfallen. Einige werde ich reparieren und ich werde sie um ein paar weitere ergänzen. Die Anwesenheit von dir und deiner lustigen Truppe ist unseren vierbeinigen Freunden bestimmt nicht entgangen. Ich vermute, wir werden es heute noch mit einigen Gästen zu tun bekommen. Ich dachte, sie wollten uns nur für eine Nacht dulden. Richtig, das habe ich gesagt. Er hielt nachdenklich inne. Ich nehme an, ich kann euren Aufenthalt um eine weitere Nacht verlängern. Mich zu danken. Verstehen Sie mich nicht falsch, es ist ein großzügiges Angebot, das wir gut gebrauchen können. Aber warum? Was hat Ihre Meinung geändert? Jeff rang einen Moment lang nach Worten. Ich bin nicht herzlos, klar? sagte er. Ihr könntet alle eine Pause gebrauchen, vor allem, weil ihr das Baby und den alten Mann habt und dies ist ein sicherer Ort, um zu verschnaufen. Vielleicht der letzte sichere Ort, den ihr für eine Weile zu Gesicht bekommen werdet. Crawley starrte ihn eine Weile an. Was ist denn? Nichts, sagte Crawley. Ich bin nur überrascht. Das ist alles. Ich stecke wohl voller Überraschungen, was? sagte er und klang plötzlich abwehrend. Du kennst mich noch nicht mal einen Tag, das sollte nicht seltsam sein. Eigentlich steckte er nicht voller Überraschungen und das wurde Crawley gerade klar. Eigentlich hielt er Jeff für einen einfachen Mann, ein offenes Buch, das jeder mit dem nötigen, gesunden Menschenverstand und einem guten Paar Augen lesen konnte. Es gab nur ein paar Seiten, die mit unsichtbarer Tinte beschrieben waren, aber ihn mit seinem Verdacht zu konfrontieren war nicht das Mittel, mit dem Crawley ihn dazu bringen würde, diese Seiten preiszugeben. Die Tür öffnete sich hinter ihn und Teddeus O'Connor trat in das rasch hereinbrechende Tageslicht. Seine Anwesenheit erfüllte die Stille. Guten Morgen, Cap, grüßte er Crawley, bevor er Jeff anschaute, der den strengen Blick erwiderte. Guten Morgen, Teddy. Crawley lächelte, immer noch amüsiert über die Feindseligkeit, die sie einander entgegen brachten. Und Jeff, grüßte Teddy ihn fast zähneknärschend. Wenn er von der Statur des großen Mannes beeindruckt war, ließ er es sich nicht anmerken. Sergeant, antwortete Jeff eisig. Crawley verschränkte die Arme und rollte mit den Augen. Sie sahen aus wie zwei Ramböcke, die aufeinander losgehen wollten. Jeder forderte den anderen heraus, den Anfang zu machen. Brauchen Sie Hilfe dabei? sagte Crawley, brach das Schweigen und nickte zu einem anderen, kleineren Baumstumpf, in dem eine Axt steckte. Daneben befand sich ein Stapel Holz, der noch gespalten werden musste. Sicher? Nun denn, Sergeant, worauf warten Sie noch? Gehen Sie und helfen Sie dem Mann. Teddius durchbohrte ihn mit seinem Blick, ging aber dann weiter und ergriff die Axt. Kannst du mithalten? rief Jeff, als Teddy die Axt aus dem verwitterten Baumstumpf zog. Mit der? Ich denke schon. Sie begann, mit einem gemächtlichen Tempo zu hacken, dann aber legte Jeff einen Zahn zu. Natürlich steigerte Teddy das Tempo ebenfalls und ging sogar noch weiter. Jeff passte sich daraufhin seinem Tempo an und schon bald erfüllte das schnelle Zack, Zack, Zack des Stahls im Holz den Morgen. Die beiden Männer arbeiteten sich blitzschnell durch ihre Stapel und als sie fertig waren, keuchten beide heftig und schwätzten stark. Crawley war sich sicher, dass sie es geschafft hatten, das ganze Haus aufzuwecken und ein paar der Soldaten waren sogar hinausgegangen, um zuzusehen. Sie waren fast fertig und Crawley hatte sich zwar nicht die Mühen gemacht, den Punktestand zu notieren, aber er hatte das Gefühl, dass Thaddeus Jeff zumindest dazu angestachelt hatte, einen neuen persönlichen Rekord im Holzspalten aufzustellen. Jeff erholte sich zuerst, stand aufrecht und strahlte stolz, während er Teddy beobachtete, der gebückt und mit den Händen auf den Knien noch immer nach Luft rang. Josephine kam heraus und stellte sich zwischen die Soldaten, um festzustellen, was sie verpasst hatte. Sie sah anders aus als zuvor, als er sie im Bett zurückgelassen hatte. Es war nicht die Tatsache, dass sie jetzt völlig wach war, es war mehr als das. Dann dämmerte es Crawley. Sie war wachsamer und aufmerksamer. Wenn sie allein zusammen waren, was selten der Fall war, war sie irgendwie weicher und entspannter. Er stellte fest, dass ihm das gefiel. Sie schenkte ihm ein besonders strahlendes Lächeln, als sie bemerkte, dass er sie beobachtete. Als nächstes kam Maria durch die Hintertür. In ihren Armen hielt sie den kleinen Edward, der zufrieden an einem Fläschchen nuckelte, und sie hob ihr Gesicht, um die Morgensonne zu begrüßen. Jeff entdeckte Maria und das Baby und kam neugierig auf sie zu. Neugeborenes? fragte er zaghaft. Maria nickte und lächelte liebevoll, während sie auf ihn herabblickte. Sein Name ist Edward. Er wurde gestern geboren. Sie haben im Wald entbunden. Sie haben meinen Respekt, Madame. Sie sind eine wahre Überlebenskünstlerin. Marias Gesicht verzog sich vor Schmerz. Zu tief, als dass der wohlmeinende Jeff es hätte verstehen können, bevor sie sich eilig entschuldigte und in die Sicherheit der Hütte zurückkehrte. Josephine folgte sofort und rannte der älteren Frau nach. Habe ich etwas Falsches gesagt? fragte Jeff mit echter Sorge in seinem Ton. Teddy war ebenfalls gekommen und überraschenderweise war er es, der zu Jeff hinüberging. Er legte seine Hand auf die Schulter des größeren Mannes und sprach leise in sein Ohr. Jeffs Augen weiteten sich und er nickte traurig. Tut mir leid, das zu hören. Crawley entfernte sich. Ihm war aufgefallen, dass er seit Bonnys Tod keine Gelegenheit gehabt hatte, mit Maria zu sprechen, sich zu erkundigen, wie es ihr ging, und das war nicht in Ordnung. Er ging hinein. Die beiden Frauen waren nicht im Wohnzimmer, also stieg er die Treppe hinauf. Als er im obersten Stockwerk ankam, stand Josephine vor einem der Schlafzimmer, klopfte sanft an die Tür und rief beruhigend Marias Namen. Sie drehte sich um, als er sich näherte, und erhob eine fragende Augenbraue. Sie hat sich eingeschlossen. Darf ich es versuchen? Fragte er. Sie zuckte halbherzig mit den Schultern und ging zur Seite. Crawley klopfte dreimal und wartete dann ein paar Sekunden. Maria, können wir reinkommen? Es sind nur Josephine und ich. Er hielt inne und lauschte auf Anzeichen von Bewegung auf der anderen Seite der Tür. Als er nichts hörte, fuhr er fort. Bitte, Maria. Wir müssen nicht reden. Wir wissen, was du fühlst. Du musst nicht allein sein. Er wartete wieder auf eine Antwort. Aber als er keine erhielt, sich er von der Tür zurück. Sie hatten die Hoffnung schon fast aufgegeben, als das Schloss aus der Verankerung glitt und die Tür aufschwang. Eine tränenüberströmte Maria stand in der Tür. Das Baby lag auf dem Bett hinter ihr und gurte leise. Ach, Maria, flüsterte Josephine beruhigend, während sie die Frau in eine tröstende Umarmung einwickelte. Crawley wollte ihnen folgen, sah aber, dass drei in diesem Fall einer zu viel sein könnten. Er machte einen Rückzieher. Josephine sah ihn über die Schulter an und formte die Worte Danke mit den Lippen, als er die Tür zuzog. Er würde ein anderes Mal mit Maria sprechen. Als er in den Garten zurückkehrte, fand er Thaddeus und Jeff an der Werkbank die Spitzen der Hölzerschärfen. Diesmal schien es kein Verdrängungswettbewerb zu sein und einige der anderen Soldaten halfen. Crawley zog sein Messer und ging ihnen zur Hand. Weniger als 15 Minuten nach seiner Ankunft waren sie fertig. Was kommt als nächstes dran? Fragte Crawley. Ich bin froh, dass du das fragst, sagte Jeff. Er erklärte, dass er mehr Spikes an den Innenseiten der Zäune haben wollte, um sicherzustellen, dass es keinen Teil der Umzäunung gäbe, der nicht jeden Hund aufspießen würde, der sich entschließen würde oder das Glück hatte, den Zaun zu überwinden. Nachdem er Crawleys Männer mit der Aufgabe betraut hatte, kündigte Jeff an, dass er sich auf den Weg machen würde, um seine Fallen zu überprüfen. Ich nehme an, ihr wollt mit mir kommen, fragte er und blickte hoffnungsvoll von Crawley zu Thaddeus. Ich hole unsere Waffen, sagte Teddy. Nein, zu laut. Und das von dem Mann, der gestern im Wald eine Schrotflinte abgefeuert hat? Sagt O'Connor sarkastisch. Hm, ja, aber ich musste dich aufhalten. Es schien der einzige Weg zu sein. Du hättest mich vielleicht erschossen, wenn ich mit den Armen wedelnd auf dich zugerannt wäre. Wie auch immer, ich habe etwas anderes, das dir gefallen könnte. Er verschwand im Haus. Ich wette, es ist ein Baseballschläger. Halt die Klappe, Thad. Jeff kam eine Minute später zurück mit einem Baseballschläger, in den neun Zollnägel eingeschlagen waren. Habe ich doch gesagt, sagte Teddy und lachte Crawley an. Standardausrüstung für die Zeit nach der Apokalypse, sagte Crawley. In seiner anderen Hand hielt Jeff eine geladene Kompaktarmbrust. Er hob sie geistesabwesend in Teddys allgemeine Richtung. Hey, pass auf, wo du das Ding hinrichtest, sagte Thaddeus. Richtig, tut mir leid, sagte er und deutete mit dem, was der Beginn eines kleinen Lächelns hätte sein können, zurück auf den Boden. Was denkst du? Er reichte die Armbrust und einen kleinen Köcher mit Bolzen an Crawley weiter und hielt O'Connor den Schläger hin. Hey, wie kommt es aus, Eddy? Du hast den Schläger vorausgesagt, Teddy. Außerdem bin ich ranghöher als du. Meinst du, du kannst herausfinden, wie das funktioniert? Fragte Jeff Crawley, während Teddy widerwillig den Schläger entgegennahm. Als Antwort hob Crawley einfach die Waffe, richtete sie auf einen Apfelbaum innerhalb des Zauns in 40 Fuß Entfernung und drückte den Abzug. Der Bolzen durchschlug einen der roten Äpfel und bohrte sich mit unglaublicher Wucht in den Baum. Taddeus pfiff zustimmend. Ich glaube, ich schaffe das schon, sagte Crawley trocken und untersuchte die Armbrust genauer. Aber versuche nicht nochmal zu schießen, wenn du nicht musst. Ich ziehe mir keine giftigen Armbrustbolzen aus dem Arsch, weißt du? Moment, Gift, die sind vergiftet? Nun ja, die schwitzen. Auch wenn es kein tödlicher Schuss ist, wird so einer, wenn er durch das Fell geht, selbst die größten Hunde sofort verlangsamen. Sind in wenigen Minuten tot. Du hast mit dem Ding vor mir herum gefruchtelt, sagte Taddeus. Nein, habe ich nicht. Doch, das hast du. Was, wenn du aus Versehen den verdammten Abzug gedrückt hättest? Na, das wäre unangenehm gewesen. Meinst du? Taddeus' Gesicht war rot. Jeff ignorierte ihn und wandte sich an Crawley. Ist er immer so weinerlich? Crawley zuckte mit den Schultern, da er nicht bereit war, sich auf ihr hin und her einzulassen. Jedenfalls habe ich dem Käpt'n die Armbrust gegeben, weil ich annahm, er sei der bessere Schütze. Da hast du recht, ich vermutet, stimmte Crawley zu. Was ist deine Waffe? fragte O'Connor Jeff. Ich brauche keine Waffe, dieser ganze Wald ist meine Waffe. Teddy schnaubte und zeigte auf Jeffs Bein, wo der Griff einer Pistole aus einem ledernen Oberschenkelholster ragte. Okay, Tarzan, ist das der Grund, warum du die an deinen Oberschenkel geschnallt hast? Ich habe nicht die Absicht, sie zu benutzen. Dann gib sie mir. Wenn du sie anfasst, verlierst du deine Hand. Sie starrten sich gegenseitig an. Wenn du ohne Waffe nicht manns genug bist, kannst du ja hierbleiben, sagte Jeff schließlich. O'Connor, sagte Crawley, bevor sein Sergeant explodieren konnte. Holen Sie Ihre Hand, Feuerwaffe. Es ist besser, sie zu haben und sie nicht zu brauchen, als sie zu brauchen und sie nicht zu haben. Ob es an seinem Tonfall oder an seiner Logik lag, Jeff protestierte nicht. Einen Moment lang kämpften die Emotionen in Teddys Gesicht, bevor er zackig nickte und sich wieder dem Haus zuwandte. Also, Crawley wandte sich an Jeff, wie genau lade ich dieses Ding nach? Kapitel 7 Sie machten sich gleich, nachdem Teddys zurückkehrte, auf den Weg in den Wald. Er hatte immer noch einen finsteren Gesichtsausdruck, als er mit seinem Baseballschläger hinter ihnen herlief. Jeglicher guter Wille, der von der gemeinsamen Arbeit mit Jeff übrig geblieben war, hatte sich verflüchtigt. Das beruhigende Gewicht der Desert Eagle an seiner Hüfte gab ihm etwas Sicherheit, aber er war nicht in bester Stimmung. Jeff trug einen großen Rucksack bei sich und dem Geräusch von klirrendem Metall nachzuurteilen, war er mit Ausrüstung beladen. Keine der Fallen, die sie überprüften, war ausgelöst worden, aber sie versetzten Crawley in Erstaunen. Von selbstgebauten Stachelfallen über Netze aus dick gewebten Seilen, die das Gewicht eines Elefanten ausgehalten hätten, bis hin zu Bärenfallen, die so gut ausgebreitet und versteckt waren, dass ohne Jeffs Anleitung einem von ihnen bereits die Beine abgenommen worden wären. Es war schon beeindruckend, dass Jeff die Position einer jeden Einzelnen kannte, fast so, als gäbe es einen unsichtbaren Pfad, dem er folgte. Zweimal vergaß er, eine Warnung auszusprechen, und sowohl Thaddeus als auch Crawley wären fast in sie hineingetreten. Als es Nachmittag wurde, war Thaddeus mit seinen Nerven am Ende. Glücklicherweise entschied Jeff, dass es an der Zeit war, sich auszuruhen, und führte sie auf einen kleinen Hügel, von dem aus sie den größten Teil des Waldes überblicken konnten. Sieht so aus, als wäre das hier Zeitverschwendung gewesen, kommentierte Teddy, als er auf der Spitze des Hügels zusammenbrach. Was ist das? fragte Jeff neugierig. Keine der Fallen wurde bewegt, vielleicht sind die Hunde schlauer als du. Erstaunlicherweise blieb Jeff unbeeindruckt. Er sah nicht im Geringsten verärgert aus. Sein Vertrauen in seine Fallen und Methoden war zu tief, um erschüttert zu werden. Wegen der Fallen gibt es keine Hunde in den Wäldern. Die Fallen funktionieren noch, weil ich sie repariere, sagte er. Die Hunde sind zweifellos schlau, aber in diesem Wald sind sie überfordert. Darauf hatte Thaddeus nichts zu erwidern. Crawley saß da und beobachtete Jeff in aller Ruhe. Er hatte nicht ein einziges Mal die Lorbeeren für den Bau der Fallen oder der Befestigungen rund um die Hütte eingefordert. Seltsam. Jeff öffnete seinen Rucksack und nahm ein in Alufolie eingewickeltes Päckchen heraus. Möchte jemand ein gegrilltes Käsesandwich? Er verteilte sie und holte drei Dosen Ingwerbier heraus. Er stellte sie in die Mitte und nahm eine für sich selbst. Man könnte meinen, wir seien für ein Picknick hergekommen, sagte Teddy, ein wenig undankbar. Es ist ein schöner Anblick. Warum ihn verschwenden? Crawley konnte nicht anders als zuzustimmen. Es war wunderschön. Von der Spitze des Hügels aus konnten sie das Blätterdach, das so dicht war, dass es schwierig war, durch das Laub hindurch zu sehen, meilenweit überblicken. Schwierig. Nicht unmöglich. Der einfache Unterschied war das Einzige, was ihnen das Leben rettete. Denn Crawley sah sich die Bäume auf der Südseite des Hügels an und entdeckte etwas, das sich in den Schatten bewegte. Er war sich zweier Dinge sicher. Es war groß und es kam immer näher. Er war so schnell auf den Beinen, dass Teddy sich fast an seinem Bier verschluckte und in Windeseile hatte er seine Armbrust geladen und bereit, während er den Wald mit seinen Augen absuchte. Was ist los? Fragte Thaddeus, als er sich erhob. Seine Hand wanderte instinktiv zu seiner Waffe, aber er zog sie nicht. Jeff stand auf. Ich dachte, ich hätte etwas gesehen, sagte Crawley. Muss kein Hund sein. Wir sollten uns sowieso auf den Rückweg machen. Jeff hielt inne, denn er hatte gerade einen weiteren Schatten gesehen, etwa 50 Fuß links von der Stelle auf die Crawley-State. Okay, wir müssen jetzt wirklich zurück, sagte Jeff und warf sich seinen Rucksack über die Schulter. Sofort! Da sie sich nicht mehr verstecken mussten, stürmten zwei Wölfe ins Freie. Es waren hässliche Kreaturen mit bösartigen gelben Augen und struppigem, spärlichem Fell, das sich über ihre missgebildeten Knochen spannte. Sie waren riesig. Teddy fluchte leise vor sich hin. Lauft! schrie Jeff. Er joggte den Hügel hinunter und sie folgten ihm. Für einen massigen Mann konnte Jeff erstaunlich schnell laufen. Teddy hatte Mühe, Schritt zu halten und Crawley bildete das Schlusslicht. Er riskierte einen Blick über die Schulter, nachdem sie das Dickicht erreicht hatten, und sah einen Wolf, der sich ihnen näherte, schneller wurde und flink zwischen den Bäumen hindurch sprang, als er auf sie zukam. Er bremste, blieb stehen, drehte sich um und feuerte seine Armbrust ab. Ein schrilles Jaulen ertönte und der große Wolf stürzte auf den Waldboden. Crawley lief weiter. Eine Ahnung, wie viele es sind, fragte Jeff zwischen zwei Atemzügen. Wie als Antwort auf seine Frage heulte in der Ferne ein Wolf. Das Heulen wurde von nicht weniger als drei weiteren Wölfen beantwortet. Wenn ich schätzen muss, würde ich sagen drei bis sechs. Folgt mir von jetzt an, ha genau, sagte Jeff. Schießt nicht, das macht euch nur langsamer. Schaut nicht zurück, lauft einfach, vertraut mir. Es war keine leichte Aufgabe, Jeffs Beinarbeit zu folgen, aber sie schafften es gerade so. Crawley war sich nicht sicher, wann sie an der Grube mit den angespitzten Pfählen vorbeigelaufen waren, aber er hörte, wie die getarnte Deckelung nachgab, gefolgt von einem Aufprall und einem kurzen Aufjaunen. Sie sind schlauer, ja? fragte Jeff und warf einen Blick über seine Schulter zu Thaddeus. Hör auf einfach weiter, verdammt! Jeff stieß ein kurzes Lachen aus, bevor er wieder Gas gab. Er genoss den Nervenkitzel der Jagd, daran gab es keinen Zweifel. Netz voraus! warnte er. Sie passten noch besser auf und wichen der Falle aus, wie er es tat. Der Wolf, der am nächsten hinter ihnen war, hatte nicht so viel Glück. Crawley trete sich um, als ein Netz voll unglücklichem Wolf in einer Wolke aus Blättern und Staub in die Luft schnalzte. Der Wolf zappelte und biss in die Seile, war aber gefangen wie eine Fliege in einem Spinnennetz. Was genau passiert mit den Wölfen, die sich im Netz verfangen haben? rief Crawley und rannte wieder in vollem Tempo. Entweder sie verhungern oder ich komme mit einem spitzen Stock vorbei und erlöse sie von ihrem Elend, rief Jeff zurück. Vorwärts, springt genau dahin, wo ich hinspränge. Nicht mal einen halben Schritt weiter. Er sprang, Teddy folgte und Crawley sprang an der gleichen Stelle. Ein paar Meter vor ihm kam Jeff abrupt zum Stehen und drehte sich am Fleck. Connor schoss an ihm vorbei, aber Crawley schaffte es, schlitternd zum Stillstand zu kommen. Was soll das? Warum bist du stehen geblieben? Jeff hielt seine Hand hoch. Crawley bekam seine Antwort, als ein großer Wolf durch die Bäume. Sie erblickte und einen Zahn zulegte. Teddy spürte, wie seine Hoden versuchten, in seinen Körper zu kriechen. Das Zähneknirschen des Wolfes war ernst gemeint. Er war kaum 15 Fuß entfernt, als ein Gerät in Form eines riesigen Rechenkopfes aus der Erde raste und auf den mörderischen Wolf einschlug. Seine tödlichen Stacheln spießten die Bestie auf, bevor sie in einem 90-Grad-Minkel zum Stillstand kamen und das tote Tier wie eine Wurst auf einer Gabel in der Luft gehalten wurde. Deshalb, sagte Jeff. Du bist ein echt kranker Mann, sagte Thaddeus kopfschüttelnd. Waren das alle? Ich glaube schon, sagte Crawley nach einigen Sekunden, in denen er auf Anzeichen einer Verfolgung lauschte. So viel zu den nicht ausgelösten Fallen. Das wird das morgige Projekt sein, nehme ich an. Er starrte auf den Wolfskadaver, dessen Blut in dünnen, purpuren Rinnsalen den Bambus hinunterlief. Können wir jetzt zurückgehen? fragte Thaddeus. Klar, gehen wir. Passt auf! Der Wolf war schnell. Jeff hatte kaum gesehen, wie er aus den Bäumen links hinter Thaddeus auftauchte. Da war er schon auf dem Sergeant und drückte ihn zu Boden. Mit seinem durch viele Kampfsituationen geschärften Instinkt zielte Crawley und feuerte mit der Armbrust auf die Hüften des Tieres, während Teddy versuchte, sich zu schützen. Der Wolf jaulte auf und drehte sich zu seinem Peiniger um. Der nächste Bolzen traf ihn ins Auge und das große Tier taumelte zwei Schritte, bevor es schwer zu Boden fiel. Zwei weitere tauchten von rechts und einer von links auf. Crawley war gerade dabei nachzuladen, als sich einer der Neuankömmlinge auf ihn stürzte. Bevor er ihn erreichen konnte, schritt Thaddeus ein und schwang den Baseballschläger mit aller Kraft. Das Geräusch der Nägel, die sich in den Schädel bohrten, war ekelerregend, aber die Waffe war effektiv. Die Bestie war tot, bevor sie zu Boden ging. Der Schwung schleuderte ihren Körper jedoch herum und dieser riss dem Sergeant die Beine unter den Füßen weg und drückte ihn zu Boden. Er schrie vor Schmerz. Crawley drehte sich um, seine Armbrust war nun geladen und entdeckte die beiden anderen Wölfe. Der eine rannte auf der anderen Seite der Lichtung auf ihn zu, der weitere war viel näher und lief direkt auf Jeff zu, der nicht einmal seine Pistole gezogen hatte. Crawley traf eine Entscheidung und zielte auf das Tier, das auf Jeff zulief. Der Bolzen traf sein Genick und warf es zu Boden, wo es vor Schmerz winselte und sich wandte und versuchte, die Schmerzquelle mit seinen Pfoten herauszuschlagen. Crawley wollte nachladen, brach aber ab und duckte sich nach links, als der letzte Wolf auf ihn zustürzte. Diese schnelle Entscheidung rettete ihm das Leben, aber ebenso schnell machte der Wolf eine scharfe Wendung und griff erneut an. Crawley rollte sich auf den Rücken, war aber immer noch nicht darauf vorbereitet. Er schaffte es gerade noch, sich einen Ast vom Boden zu schnappen und ihn vor sich hochzuhalten, als das riesige Tier sprang und mit seinen knirschenden Zähnen nach seiner Kehle suchte. Mit einem wilden Biss brach der Wolf den Ast in zwei und holte zu einem zweiten Biss aus. Diesmal trafen die scharfen Reißzähne seine linke Schulter. Crawley unterdrückte einen Schrei und rammte das gezackte Ende des abgebrochenen Astes in das rechte Auge des Wolfes. Dieser stieß einen ohrenbetäubenden Schmerzensschrei aus, aber er ließ nicht locker, schüttelte den Käpt'n wie eine Stoffpuppe und trieb seine Zähne weiter in seine Haut und Muskeln. Crawley bekam kaum mit, wie Thaddeus' Chef anschrie. Der Sergeant war immer noch am Boden, fixiert. Seine Pistole lag unerreichbar ein paar Meter entfernt auf dem Boden. »Hilf ihm, Jeff! Nimm die Waffe!« Crawley konnte sich nicht darauf konzentrieren, was die anderen beiden Männer taten oder nicht taten. Er musste sich darauf konzentrieren, dass er nicht zu Wolfsfutter wurde. Den Sieg witternd ließ der Wolf Crawleys Schulter los und stürzte sich auf seine Kehle. Er schaffte es gerade noch rechtzeitig, seinen Arm hochzuziehen und die geifernden Reißzähne fanden das Fleisch seines Armes statt seiner Kehle. Er rang mit dem großen Kopf des Wolfes und schaffte es schließlich, je mit einer Hand den Ober- und Unterkiefer zu greifen. Der Wolf versuchte, ihn abzuschütteln, während er die Kiefer auseinanderdrückte. Sein Griff rutschte ab. »Jeff! Nimm die verdammte Waffe!«, schrie Thaddeus. Crawley spürte, wie sein Rücken gegen den Waldboden schleifte, während der Wolf weiter versuchte, sich von ihm zu lösen. Seine blutigen Arme zitterten und bebten und drohten zu versagen, aber er ließ nicht los. Loszulassen bedeutete zu sterben. Und er war nicht in der Stimmung zu sterben. »Jeff!« Am Rande seiner sich rasch verengenden Sicht sah Crawley, wie Jeff sich bewegte. Er sah Jeff rennen. Crawleys Sichtfeld begann zu verschwimmen und gerade als er spürte, dass er das Bewusstsein verlor, explodierte der Kopf des Wolfes in einem Schauer aus Blut und Hirn. Crawley ließ den Rest des Kiefers los und stieß den schweren Körper mit letzter Kraft von sich. Dann stand Jeff mit dem blutigen Baseballschläger über ihm. Schweigend machten sie sich auf den Rückweg zur Hütte. Teddy, dessen Knöchel verstaucht worden war, als der Wolf mit ihm kollidierte, schäumte vor Wut, aber er ließ sich von Jeff an schwierigen Stellen des Weges helfen. Crawley war nach seinem Kampf mit dem letzten Wolf zwar in der Lage, ohne fremde Hilfe zu gehen, aber nicht in der Lage, seinem Stellvertreter zu helfen. Sobald sie das Tor durchschritten hatten, schob Teddy den großen Mann weg. »Lass mich los!« Ohne Jeff an seiner Seite, der ihn aufrecht hielt, stolperte er über sein kaputtes Bein und fiel auf das Gras. Dustin und Stiles, die die drei Männer durch das Tor gelassen hatten, blieben stehen und beobachteten sie neugierig. Jeff beugte sich vor, um ihm aufzuhelfen, aber er schlug seine Hand weg. »Ted«, sagte Crawley. »Was zum Teufel war das?« schrie Teddy. »Ted, beruhige dich.« »Ist das dein verdammter Ernst?« »Dafür gibt es keinen Grund«, sagte Crawley. »Alles ist in Ordnung, wir sind wieder da und in Sicherheit.« »Er hat dich da draußen fast sterben lassen.« »Hey, ich habe ihn gerettet«, barf Jeff ein. »Du hast ihn gerettet«, spottete Thaddeus. »Du hast verdammt noch mal gezögert und er wäre fast gestorben.« »Aber ich habe ihn doch gerettet, oder nicht? Und jetzt lass mich in Ruhe«, sagte Jeff abwehrend und sein Tonfall passte sich dem von Teddy an. »Du hättest eine verdammte Waffe nehmen müssen«, er zeigte auf sein Oberschenkelholster. »Das verdammte Ding ausrichten und schießen. Ein scheiß Kinderspiel. Warum hat das so lange gedauert?« Jeff war sprachlos. Sein Mund öffnete und schloss sich, als wäre er kurz davor zu antworten, aber es kamen keine Worte heraus. »Es ist nicht Ihre Waffe, oder, Jeff?« fragte Crawley und seine ruhige Stimme schaffte es irgendwie, Thaddeus' feuriges Temperament zu überwältigen. »Waffen reden Sie, Cap«, fragte der Sergeant. Jeff sah Crawley an, ein tiefer Schmerz in seinen Augen. »Ich nehme an, sie gehörte der Person, die neben Ihnen auf den Fotos am Kamin zu sehen ist. Ihr Bruder?« Sein Schweigen war die einzige Antwort, die Crawley brauchte. »Er ist tot, nicht wahr?« »Woher wussten Sie das?« »Nun, bei all Ihrem Gerede darüber, dass das hier Ihr Haus ist und Sie die Verteidigungsanlagen und Fallen gebaut haben, erzählen Ihre weichen Buchhalterhände und Ihre trainierten Muskeln eine andere Geschichte. Ich denke, es ist die Hütte Ihres Bruders und Sie wurden hierher eingeladen, als die Kacke am Dampfen war. Ich glaube, Sie tragen die Waffe mit sich herum, weil Sie sich irgendwie für seinen Tod verantwortlich fühlen. Vielleicht ist das Ihr Erinnerungsstück und deshalb haben Sie nicht einmal daran gedacht, sie zu benutzen. Als Crawley fertig war, erwartete er, dass Jeff seine Behauptungen rundheraus abstreiten würde, sich verteidigen würde, vielleicht sogar hinausstürmen und sie von seinem Grundstück schicken würde. Es bestand kein Zweifel, dass er mehrere Nerven getroffen hatte. Aber Jeff bewegte sich nicht. Seine Augen waren glasig und er blinzelte, als ob er etwas in den Augen hätte. Er ließ den blutigen Baseballschläger zu Boden fallen und ging geschlagen ins Haus. Crawley sah ihm hinterher, machte aber keine Anstalten, ihn aufzuhalten oder ihm zu folgen. Ich hatte ja keine Ahnung, murmelte Thaddeus. Dustin ging zu O'Connor und wies Stiles an, ihm zu helfen. Teddy protestierte nicht, als sie ihm aufhalfen und ihn auf dem Weg zur Treppe zur Hüttentür hinauf stützten. Die Tür öffnete sich, bevor sie sie erreichten, und Josephine trat heraus. Sie betrachtete Thaddeus neugierig, als sie ihn vorbeiführten, und dann fiel ihr Blick auf Crawley. Genauer gesagt auf die Wunde an seiner Schulter und ihre Augen weiteten sich vor Sorge. Oh mein Gott, Crawley! Kein Grund zur Sorge, sagte er, als sie zu ihm lief. Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Sie begleitete ihn in das obere Badezimmer und schloss es hinter ihnen ab. Ausziehen, sofort! Crawley hob fragend eine Augenbraue. Dein Hemd, Crawley, nur dein Hemd! Ihre Reaktion auf den Anblick der Bisswunde war absolutes Entsetzen. Das ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Du hast Löcher im Arm und blutest wie ein Wasserhahn. Das könnte schlimmer sein. Stell dir vor, ich käme ohne den Arm zurück. Das ist nicht lustig. Ich brauche Spritzen in die Wunde und eine Auffrischung. Zum Glück scheint dieses mutierte Virus für Menschen nicht tödlicher zu sein, als das ursprüngliche. Nun, das wissen wir nicht mit Sicherheit, aber es ist schön zu sehen, dass du ein Typ bist, bei dem das Glas halb voll ist. Bleib sitzen! Sie verschwand und kam zwei Minuten später mit dem Erste-Hilfe-Kasten zurück. Er setzte sich auf den Rand der Badewanne und zuckte zusammen, als sie die Wunde mit einem feuchten Handtuch säuberte, bevor sie eine Flasche mit einem Antiseptikum herauszog. Das wird jetzt ein bisschen wehtun. Was? Mehr als das Handtuch? Au! Tut mir leid, aber wenn du dachtest, das tat schon weh, dann bitte das noch mehr wehtun, sagte sie, griff in die Tasche und holte mehrere Spritzen mit HRIG heraus, einer konzentrierten Form von Antikörpern gegen Bieren. Da er nicht wollte, dass sie ihn wieder jammern sah, presste Crawley seinen Kiefer zusammen und akzeptierte die Injektion in den Wolfsbiss ohne zu zocken. Ich werde einige der größeren Wunden nähen müssen. Er nickte und machte sich auf weitere Schmerzen gefasst, als sie nach hinten griff. Keine Sorge, ich kann jetzt ein Anästhetikum benutzen. Nach dem anfänglichen Stechen des Lokal-Anästhetikums spürte Crawley nur noch ein sanftes Ziehen, während sie an ihm arbeitete. Wo hast du das gelernt? fragte er, als sie fertig war. Maria hat es mir letzte Woche beigebracht. Es hat etwas gedauert und bedurfte ein paar toter Laborraten aus dem Wissenschaftslabor der Schule, aber ich habe den Dreh raus. Du kannst gerne an meinem Kapper üben, wenn ich es nicht schaffe. Das ist nicht lustig, Crawley, sagte sie und wandte den Blick ab, als ihr die Tränen in die Augen stiegen. Was ist los? Nichts, ich weiß nicht, sagte sie und wandte den Blick erneut ab, um seinem auszuweichen. Er griff sanft nach ihrem Kinn und brachte ihre Augen zurück zu ihm. Joe, flüsterte er. Ich weiß nicht, warum ich weine, lachte sie und wischte sich die Tränen ab. Du hast mich schon einmal verletzt gesehen. So nicht. Du versuchst, es mit einem Lachen abzutun und so zu tun, als wäre es nichts Ernstes. Aber ich habe gehört, was Thaddeus vorhin geschrien hat. Du wärst fast gestorben. Aber das bin ich nicht. Sie seufzte verärgert und versuchte, den Blick wieder abzuwenden, doch er ließ sie nicht. Hier geht es gut, Joe. Vertraue darauf, dass es mir immer gut gehen wird. Vertraue darauf, dass ich immer zu dir zurückkommen werde. Es klang hohl. Er machte Versprechungen, von denen sie beide wussten, dass er dazu nicht in der Lage war. Er umarmte sie mit seinem guten Arm und zog sie zu einem Kuss heran. Sie erwiderte den Kuss nicht und erlöste sich von ihr, um ihr in die Augen zu sehen. Ich habe etwas Vertrauen in mich. Ja. Er grinste. Ohne Vorwarnung packte sie ihn an beiden Seiten des Gesichts und küsste ihn so heftig, dass er die Augen aufriss. Sie stand vom Rand der Badewanne auf, wo sie beide saßen, und setzte sich rittlings auf ihn, während ihre Hände und Lippen immer noch sein Gesicht beanspruchten. Er fuhr ihr mit den Händen durchs Haar, während sie ihren Körper an seinen presste und ihr beider Kuss von Sekunde zu Sekunde leidenschaftlicher wurde. Ein Klopfen an der Tür durchbrach den Band, in dem sie sich befanden, und Crawley holte tief Luft, als Josephines Hüftbewegung weiterging. Also das ist mein Zeichen, dass ich zu meinen Pflichten zurückkehren muss, flüsterte er. Bevor er etwas zu der Person sagen konnte, die ihren Moment störte, legte Josephine ihm eine Hand auf den Mund und schrie, Besetzt! Wart frei! Fünf! Crawley rollte mit den Augen. Erst als sie Schritte hörte, die sich zurückzogen, gab sie seinen Mund frei. Ich muss Jeff tatsächlich finden und mit ihm sprechen, sagte er. Jeff kann warten, sagte Josephine und zog sich das Shirt über den Kopf. Ich nicht! Crawley, der Mann, wollte nachgeben. Aber als Käpt'n konnte er das nicht. Joe, begann er und wandte den Blick ab, um der Verlockung ihrer offenen Lippen zu entgehen. Es half auch nicht, dass sie sich immer noch an ihn rieb. Sie griff nach dem Reißverschluss seiner Hose, doch er hielt sie auf. Käpt'n, wir werden nicht darüber diskutieren, außer sie sind in der Stimmung, mit mir ein Armdrücken zu veranstalten. Mein rechter Arm ist sehr funktionstüchtig. Sorry, ich bin Linkshänderin. Natürlich bist du das, sagte Crawley, gab schließlich nach und ließ ihre hartnäckigen Hände los. Guter Mann, sagte sie und fuhr fort, ihm den Reißverschluss zu öffnen. Crawley griff mit seiner verletzten Hand um sie herum und öffnete ohne Schwierigkeit mit einer einzigen Bewegung ihren BH. Was ist? Ich denke jetzt, ich hätte es mit dem linkshändigen Armdrücken versuchen sollen. Halt die Klappe, Crawley, sagte sie und zog sein Gesicht zu ihren Brüsten. Kapitel 8 Als Crawley und Josephine wieder nach unten gingen, war es zwei Uhr nachmittags und die Gruppe aß gerade das, was als Mittagessen durchging. Jeff war nirgends zu finden, er hatte sich wohl in seinem Zimmer eingesperrt. Ich habe ihn nicht gesehen, sagte Teddy. Und das ist mir auch recht so. Sei nachsichtig mit ihm, Ted. Trotz seiner Fehler sind wir am Leben und ausgeruht. In deinem Fall kaum. Hör auf damit. Bereite einen Teller Eintopf vor. Ich bringe ihm etwas zu essen. Er klopfte zehn Minuten später an Jeffs Tür und rechnete durchaus damit, weggeschickt zu werden. Es ist offen, Captain. Crawley öffnete die Tür und sah Jeff am Fenster stehen, die Hände auf der Fensterbank und den Blick in den Wald gerichtet. Es war ein großes Zimmer mit einem großen Bett auf der linken Seite und einem deckenhohen Bücherregal auf der rechten. Es gab einen Kamin, über dessen Sims eine alte Winchester hing und einen Schreibtisch, der mit Papieren und Schreibwaren übersät war. In der gegenüberliegenden Ecke standen ein Schaukelstuhl und eine Leselampe. Ein beeindruckender Raum. Nicht so gönnerhaft, sagte Jeff. Das passt nicht zu dir. Crawley machte einen Schritt in den Raum und schloss die Tür hinter sich. Das ist nicht gönnerhaft gemeint. Das ist genauso ein Zimmer, wie ich es haben würde, wenn ich eine Hütte in den Wäldern besäße. Nun, wie Sie schon vorhin bemerkt haben, sagte Jeff und drehte sich um, nicht meine Hütte, nicht mein Zimmer. Es tut mir leid. Es war weder der richtige Zeitpunkt noch der richtige Ort, Sie herauszufordern. Ich entschuldige mich. Er stellte den dampfenden Teller auf den Schreibtisch. Jeff machte keine Anstalten, ihn zu nehmen, sondern sah Crawley nur an. Nach einer halben Minute des Schweigens ging er zum Schreibtisch hinüber. Sie hatten recht. Ich weiß. Jeff drehte sich um. Er zog die Stirn in Falten, als hätte er diese Reaktion nicht kommen sehen. Sie sind ein seltsamer Mann, Käpt'n. Was hat man mir gesagt? Er war ein Genie, wissen Sie? Mein Bruder. Unglaublich genial. Natürlich hatte Crawley es geahnt. Die Zeichen waren überall um sie herum. Aber die Frage war eindeutig rhetorisch. Also schwieg er und wartete darauf, dass er fortfuhr. Als die Nachricht von der Seuche kam, hatte er keine Zeit verschwendet. Er wusste, dass es schlimm werden würde und sagte mir, ich soll mich schnellstens in die Hütte begeben. Das war ein Kinderspiel. Ich war allein in der Stadt. Meine Frau war vor drei Jahren gestorben und wir hatten keine Kinder. Ich ließ mich von meinem Job beurlauben, packte meine Sachen und kam her. Ich dachte mir, wenn er sich in der Sache irrt, würde ich zumindest einen billigen Urlaub in einer abgelegenen Hütte und ein paar schöne Tage mit meinem Bruder verbringen. Es war ziemlich schnell klar, dass er sich nicht geirrt hatte. Jeff setzte sich hin und aß einen Löffel von dem Eintopf. Er bereitete sich bereits vor, als ich hier ankam. Er errichtete Verteidigungsanlagen, deckte sich mit Munition, Lebensmitteln und Werkzeugen ein, was auch immer. Er hat mir so viel wie möglich beigebracht, vom Umgang mit der Waffe bis zum Jagen, Fischen und Fallenstellen. Er war früher beim Militär, also wusste er eine Menge. Crawley nickte, sagte aber nichts. Eines Tages waren wir unten am Fluss und fingen Fische, als wir von einer Meute angegriffen wurden. Wir sind gerannt, wie wir es heute taten. So wie er sich durch den Wald bewegte, war es, als hätte er jeden einzelnen Baum an seinen Platz gestellt. Ich wollte mithalten, aber ich stolperte und ging zu Boden. Ich dachte, ich wäre erledigt, aber er kam zurück und holte mich. Er räusperte sich, das einzige Zeichen dafür, dass ihn die Geschichte, die er erzählte, aufregte. Wir hatten das bisschen Vorsprung eingebüßt, das wir ihnen gegenüber gehabt hatten und er sagte zu mir, ich solle vorauslaufen. Er würde gleich hinter mir sein. Das war er aber nicht. Seine Augen wurden feucht und er nahm einen weiteren Bissen vom Essen. Als ich zurückkam, hatte er alle neun mit eben dieser Pistole erledigt. Er nickte zum Nachttisch, auf dem die Pistole lag. Weiß der Himmel wie. Aber sie haben ihn ganz schön erwischt. Er wurde zerfetzt und verblutete von meinen Augen. Wird mir leid, sagte Crowley schließlich. Mir auch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ihr beide euch gemocht hättet. Er stieß einen Seufzer aus, der einen Hauch von Endgültigkeit verströmte. Ich nehme an, dass sie immer noch daran interessiert sind, den Wald sicher zu verlassen. Wenn ja, dann sollten sie jetzt anfangen zu packen. Wir brechen in 30 Minuten auf. Der plötzliche Themenwechsel hatte Crowley verwirrt. Was? Ich werde sie so weit wie möglich führen, aber wir müssen uns beeilen, damit ich rechtzeitig zurückkehren kann. Wovon reden sie? Rechtzeitig für was? Die verdammten Hunde natürlich, sagte Jeff. Ich habe ihnen doch gesagt, dass eure Anwesenheit bemerkt werden wird. Und heute haben wir die letzten Wölfe in diesem Gebiet getötet. Das bedeutet, dass nichts die Hunde, die euch verfolgt haben, davon abhalten kann, ihre Arbeit zu beenden. Vor allem, wenn das Alphatier so schlau ist, wie einige ihrer Leute glauben. Wenn das stimmt und sie kommen, können wir sie nicht dabei allein lassen, mit ihnen fertig zu werden. Jeff tauchte den Löffel ein, führte ihn zum Mund und schluckte den letzten Rest des Eintopfes hinunter, bevor er antwortete. Seit dem Tod meines Bruders habe ich es geschafft, in Sicherheit zu bleiben, Captain. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Ich zweifle nicht an Ihnen, sagte Crowley ruhig. Aber lassen Sie uns Ihnen helfen. Betrachten Sie es als eine Art Dankeschön und Entschuldigung dafür, dass wir Ihnen das angetan haben. Ihre verdammte Dankbarkeit können Sie behalten. Fangen Sie lieber an zu packen. Nein. Crowley sah ihm direkt in die Augen. Ich habe Männer und ich habe Waffen und Sie könnten beides gebrauchen. Sie müssen an die Zivilisten denken. Wir werden sie beschützen, wie wir es bisher getan haben. Und Ihr Gelände ist wahrscheinlich der sicherste Aufenthaltsort für Sie, seit die Welt untergegangen ist. Ihre Munition ist fast aufgebraucht. Das ist ein Problem für morgen. Wenn es darauf ankommt, machen wir Keulen und Pfeil und Bogen. Sie sind ein sturer Mann, Captain. Das hat man mir gesagt. Jetzt sagen Sie mir, was ich tun soll. Der Wettstreit Ihrer Blicke dauerte noch eine halbe Minute. Dann brach Jeffs Widerstand mit einem leisen, unzufriedenen Knurren in der Kehle. Gott. Er schritt an Crowley vorbei und verließ den Raum. Wie wäre es, wenn wir ihre Leute entscheiden lassen? Als Crowley ihn fand, stand er auf dem Treppenabsatz und blickte auf das Wohnzimmer hinunter, in dem viele Leute noch ihr Mittagessen verdauten. Seine Anwesenheit hatte bereits die Aufmerksamkeit des ganzen Raumes auf sich gezogen und als er langsam hinunterstieg, hörten sogar die Kinder auf zu spielen, als ob sie sich der Spannung bewusst wären. Er kam unten an, aber er sprach nicht mit ihnen, erst als Crowley zu ihm stieß. Spätestens bei Anbruch der Nacht wird dieses Anwesen mit ziemlicher Sicherheit von den Hunden belagert werden, die euch in den Wald gefolgt sind. Er ignorierte das erschrockene Luftanhalten und Fluster der Menge. Sie kommen hierher, weil wir die letzten Wölfe in diesem Gebiet erledigt haben. Ich habe euren Käpt'n gebeten, euch alle zu versammeln und weiterzuziehen, bevor sie hier ankommen, aber er hat sich geweigert. Seid ihr bereit zu bleiben und eine Nacht der Hölle zu ertragen, falls ihr die Nacht übersteht, oder wollt ihr eure Ärsche hier wegschaffen, solange ihr noch könnt? Das Gemurmel wurde lauter und obwohl sich keine Stimme erhob, um zu antworten, war ihr Standpunkt in dieser Angelegenheit klar. Sie wollten gehen. Endlich meldete sich jemand zu Wort. Es war kein Geringerer als Sebastian Tipton, der, seit er beinahe durch Thaddeus und oder Crowley zu Tode gekommen wäre, sich zurückgezogen hatte. Warum sollen wir das überhaupt diskutieren? fragte er. Unsere Optionen sind, zur Basis zu gehen, wo es sicher ist, oder hier draußen zu bleiben, obwohl wir wissen, dass wir demnächst angegriffen werden. Du verlangst von uns, dass wir zwischen Leben und Tod wählen. Ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich sage, dass wir leben wollen. Das Gemurmel wurde noch lauter. Er hatte offenbar ihre Meinung geäußert. Ne, begann Dustin und trat vom Fenster, wo er gesessen hatte, nach vorne. Nein, nein, sagte Jeff, das ist keine Entscheidung für Jungs in Uniform. Moment mal, sagte Crowley und trat schließlich vor. Jeff, ich weiß Ihre Gefühle zu schätzen, aber es ist eine Entscheidung für uns. Er wandte sich an Tipton. Es ist unsere Schuld. Wir haben die Hunde vor seine Tür gebracht. Und wenn Sie, Mr. Tipton, uns verlassen und jeden mitnehmen wollen, der mit Ihnen gehen will, werde ich Sie nicht aufhalten. Tiptons Mund öffnete und schloss sich wie der eines gestrandeten Fisches. Die Frage, die du stellen solltest, ist, ob er bleiben will, rief jemand anderes aus der Menge. Er könnte doch mit uns kommen, oder? Jetzt warte mal, sagte Jeff. Mit diesem Ergebnis hatte er nicht gerechnet und Crowley sah seine Chance. Nun, dann haben Sie jetzt die Wahl, Jeff. Wir werden gehen. Aber nur, wenn Sie mit uns gehen. Sind Sie verrückt? Ich werde nicht weggehen. Das ist mein Zuhause. Nun, da haben Sie es. Wenn Sie bleiben, dann bleiben wir, um Ihnen zu helfen, die Bedrohung zu neutralisieren. Jetzt warten Sie mal. Crowley wandte sich an die Menge. Wenn sich jemand darüber beschweren möchte, dass wir unserem Wohltäter helfen, sein Haus zu erhalten, soll er sich jetzt melden. Ich sagte, war niemand, sagte Crowley. Dann ist die Sache entschieden. Und nun, Jeff, sagte Crowley. Sagen Sie mir, was wir tun können, um zu helfen. Die Zeit läuft. In Jeffs Gesicht stand Verärgerung, aber Crowley dachte, dass er tief im Inneren wahrscheinlich erleichtert war. Er kämpfte nicht weiter dagegen an. Ihr Jungs in Uniform, folgt mir. Er drehte sich um und ging auf die Treppe zu. Crowley gab ein Zeichen und seine Männer begannen, Jeff zu folgen. Teddy, der das Schlusslicht bildete, blieb stehen, als er Crowley erreichte. Wenn wir das tun, haben wir nicht genug Munition, um sicher zur Basis zurückzukehren. Soll ich ihn dem Tod überlassen? Er hat seine Wahl getroffen. Außerdem weißt du nicht, ob er nicht überleben würde. Dieser Ort ist ziemlich sicher. Ich möchte nur, dass du dir sicher bist. Sind Sie sicher, Cap? Nein, Teddy. Nein, bin ich nicht. Ach, du Scheiße. Kapitel 9 Jeff ließ zwei Soldaten den großen Schreibtisch in die Mitte seines Schlafzimmers schleppen, als Crowley und O'Connor eintraten. Mit einem großen Wisch räumte er alles von der Arbeitsfläche und warf es auf den Boden, um eine große laminierte Karte auszurollen. Also dann, wenn euer Käpt'n schon euer verdammtes Leben riskieren will, dann fangen wir doch gleich damit an, oder? sagte Jeff. Bei der Karte handelte es sich um ein Satellitenbild ihres Waldabschnitts, auf dem in der Mitte die Hütte zu sehen war. Auf der Karte waren mit rotem Filzstift eine Vielzahl von Kreuzen eingezeichnet worden. Die scheinbar wahllosen Markierungen waren im Wald um die Hütte herum verteilt, auf der Ostseite dichter, im Westen etwas weiter verstreut. Die Soldaten versammelten sich um den Tisch. Falls ihr es noch nicht herausgefunden habt, sagte Jeff, das ist eine Karte des Waldes einschließlich dieser Hütte und diese kleinen Kreuze sind die Standorte der Fallen. Scheiße, sagte Coleman entgeistert, das müssen Hunderte sein. Eher 186. Sie machen Witze, sagte Stiles. Ich bin mir nicht sicher, wer weiß, wie das geht, sagte Teddy. Jeff vertrete die Augen, ignorierte die Stichelei und legte einen dicken Finger auf die Karte. Wie ich schon sagte, Karte des Waldes, ja? Als er sicher war, dass er ihre Aufmerksamkeit hatte, fuhr er fort. Dieser Weg. Er zog seinen Finger nach Westen, führt zurück und trifft hier auf die Straße. Crawley sah das dünne graue Band, das sich nach Westen schlängelte und am Rand der Karte endete, bevor es die Basis erreichte. Das ist die Richtung, in die ich wollte, dass ihr geht. Wir haben, ich habe, im Westen nicht so viele Hunde gesehen, daher sind die Fallen hier dünner gesät und eine einfache Karte hätte euch den Weg weisen können. Dann sah er zu Crawley auf und bat ihn im Stillen, seine Haltung zu überdenken. Das Gesicht des Captains war unergründlich. Jeff fuhr fort. Wie ihr sehen könnt, konzentrieren sich die Fallen mehr im Osten, wo ich euch getroffen habe. Die Wölfe waren ein großer Puffer, aber jetzt, da sie weg sind, werden sie von dort her schwärmen. Und die Fallen werden nicht ausrechnen, um mit ihnen fertig zu werden, fragte Stiles. Vielleicht wäre das bei regelmäßigen, zufälligen Angriffen der Fall. Aber wie Sie wissen, ist die Stadt, die sie gerade verlassen haben, jetzt zweifellos eine Geisterstadt und Nahrung wird knapp sein. Eure mehr als zwei Dutzend Menschen haben eine Duftautobahn hinterlassen, der die hungrigen Hunde folgen konnten. Wir hätten genauso gut die Essensglocke läuten können. Es gibt nur zwei Eingänge in das Gebäude, einen vorne und einen hinten. Die Zäune sind zu hoch, als dass ein durchschnittlicher Hund darüber springen könnte und zu unbequem, um sie zu überwinden. Die Stacheln an den Innen- und Außengrenzen sollten hoffentlich verhindern, dass sie es auch nur versuchen. Das bedeutet, dass wir nur am vorderen Tor verwundbar sind, wenn sie es schaffen, es zu überwinden. Was ist mit dem hinteren Tor? Was ist damit? Jeff runzelte die Stirn, offenbar überzeugt, dass es ihm nicht gefallen würde, worauf Crawley hinaus wollte. Können wir das öffnen? fragte Crawley. Ja, aber wir müssten die Verteidigungsanlagen räumen. Warum wollt ihr das tun? sagte Jeff. Um ihnen neben dem Haupttor einen weiteren Zugangsweg zu bieten. Was? Sind Sie verrückt? Diese Hunde sind keine normalen Hunde. Sie reagieren kaum auf Schmerz. Auch wenn sie größtenteils eine vom Instinkt getriebene Horde sind, habe ich ihren Rudelführer und seine Gefährten gesehen. Und glauben Sie mir, sie sind nicht wie die anderen. Es sind denkende Kreaturen, die den Rest der Monstrositäten und sogar normale Hunde bei weitem übertreffen. Wenn sie in großer Zahl kommen, werden sie den Ort belagern. Und wenn wir sie hartnäckig aufhalten, ohne dass es einen offensichtlichen Weg hineingibt, wird ihre Zahl um den Zaun herum zunehmen. Und sie werden die Toten aufhäufen, bis sie über den Zaun gelangen können. Jeff sah aus, als wolle er widersprechen, zuckte aber mit den Schultern. Was schlagen Sie vor? Wir öffnen die Tore teilweise, genug, um ihr Interesse zu wecken und sie beim Durchkommen zu erwischen. Aber ich bin nicht dafür verantwortlich, wenn es schief geht, verstanden? Jawohl, die Fallen werden ihre Zahl zweifellos stark verringern, aber wenn sie einen Kampf wollen, werden wir ihnen einen liefern. Wenn sie nicht ein erfahrener Offizier wären, würde ich sie für verrückt halten. Warum kann ich nicht beides sein? Jeff schüttelte den Kopf. Wir haben immer noch nicht die richtige Munition dafür, Crawley, sagte Teddy. Vielleicht müssen wir sie noch einmal verbrennen, sagte Dustin, holte sein Feuerzeug heraus und erzeugte zur Veranschaulichung eine Flamme. Du wirst meinen Wald nicht in Brand setzen, sagte Jeff auf keinen Fall. Einverstanden, sagte Crawley, zumindest im Moment. Aber wir brauchen einen Weg, um die Chancen auszugleichen. Ja, ich will mich nicht mitten in einem Transspezieskrieg befinden und handlungsunfähig sein, überlegte Chase. Sie haben doch nichts dagegen, wenn wir ein paar Bäume fällen, um Sperre zu machen, solange es noch hell ist, oder? fragte Crawley. Jeff war über den Schreibtisch gelehnt, das Gesicht verdeckt und die Schultern angespannt. Mit einer plötzlichen Bewegung richtete er sich auf, packte Crawley im Oberarm und führte ihn in die Ecke. Sie meinen das ernst, nicht wahr? sagte Jeff. Sie haben vorher gezweifelt, fragte Crawley. Der Sinn der Unterhaltung war es, ihnen zu zeigen, warum sie ihre Leute von hier wegbringen sollten, solange sie es noch können. Dann haben sie versagt, sagte Crawley mit einem ausdruckslosen Ton. Der Widerstand des großen Mannes irritierte ihn langsam. Können wir jetzt mit der Planung weitermachen? Er schob sich an ihm vorbei, als er auf den Tisch zuging, aber Jeff hielt ihn auf und zerrte ihn zurück, sodass er mit dem Rücken gegen die Wand stieß. Was zum Teufel ist bloß los mit ihm? Thaddeus schlug mit der Hand auf den Kolben seiner Dessert-Igel und trat vor. Fast alle Männer im Raum taten es ihm gleich. Jeff beachtete die Gefahr nicht, in der er sich befand. Jeff, warnte Crawley. Sein Blick wanderte von der großen Hand, die immer noch auf seiner Schulter lag, zu seinen Männern. Ein dezentes Nicken genügte, um sie dazu zu bringen, sich zurückzuhalten. Verstehen Sie es nicht, knurrte Jeff. Wenn Sie bis zum Einbruch der Nacht bleiben, werden Menschen sterben. Das könnten Sie sein. Es könnten ein, zwei oder sogar alle Mitglieder eurer fröhlichen Bande sein. Verstehen Sie nicht, was Sie hier riskieren? Ich nehme an, Sie waren der Vorsichtigere unter Ihnen und Ihrem Bruder. Bevormunden Sie mich nicht, Captain, sagte Jeff immer noch lautstark. Wenn einer von Ihnen stirbt, dann... Er brach plötzlich ab, als würde er sich am Rest des Satzes verschlucken. Als er widersprach, flüsterte er wieder, geht es auf meine Rechnung? Nein, das wird es nicht. Sie haben alles getan, was Sie konnten, um mich umzustimmen. Aber ich bin immer noch hier. Wenn etwas passiert, trage ich die volle Verantwortung. Sie können sich jetzt entweder ständig mit mir streiten oder Sie können uns helfen, Ihnen zu helfen oder vielleicht mit ein wenig Planung die Gefahr, dass es Opfer geben wird, verringern. Schließlich hob Jeff seine Hand von Crawleys Schulter. Er blickte zur Decke, als würde er Gott bitten, ihm Kraft zu geben. Dann seufzte er schwer und sah den Käpt'n wieder an. Sie, hauchte Jeff und ihr Kumpel, komm mit mir. Er verließ das Zimmer und ging durch den Flur in den nächsten Raum. Crawley forderte Teddy auf, seine Waffe wegzulegen und mitzukommen. Sie folgten ihrem Gastgeber in den Raum und Jeff schloss die Tür hinter ihnen, bevor er zu einem großen Bücherregal ging. Er steckte die linke Hand hinter die Seite des Bücherregals und schob die andere unter das dritte Regal von oben. Jeff wollte gerade fragen, ob er sie gerufen hatte, um Möbel umzustellen, als es zweimal laut klickte und das Bücherregal auf leisen Scharnieren nach außen klitt und einen weiteren Raum freigab. Na, das ist ja toll, sagte Thaddeus. Ein geheimnis Zimmer in einer geheimen Hütte im Wald. Jeff war nicht in der Stimmung für Geblänkel. Ohne eine Einladung auszusprechen, machte er einen Schritt hinein und griff nach links. Helle, weiße Leuchtstoffröhren blendeten sie für den Bruchteil einer Sekunde, bevor Thaddeus flüsterte, Mansionskind. Mansionskind in der Tat, sagte Crowley. Der Raum war nur etwa ein Viertel so groß wie Jeffs Schlafzimmer. Aber das war es nicht, was die beiden Soldaten verblüfft hatte. In den Regalen, die jeden Zentimeter der Wände des Raumes bedeckten, standen Waffen jeder Kategorie und jedes Kalibers. Die meisten dieser Waffen waren in jedem gut sortierten Waffenladen erhältlich, aber einige waren nur für den militärischen Gebrauch zugelassen und so eingeschränkt, dass es unter anderem Umständen sehr bedenklich gewesen wäre, sie in einer Privatwohnung zu finden. Auf dem Boden, neben den Wänden, standen Munitionskisten, ein großer Erste-Hilfe-Kasten und drei weitere Kisten mit der Aufschrift Rationen. Das war meine letzte Rettung, falls die Hunde mich und meine Verteidigung überrannt hätten, sagte Jeff unverblümmt. Hier gibt es genug Vorräte für sechs Monate und genug Munition, um einen Privatkrieg zu führen, selbst wenn er so lange dauern sollte. Aber der Raum ist definitiv nicht groß genug, um fast drei Dutzend Leute unterzubringen, Captain. Woher haben sie die? fragte Thaddeus. Mein Bruder war früher beim Militär. Na, sagte Thaddeus, obwohl diese Antwort nur noch mehr Fragen für ihn aufwarf. Crawley sprach nicht. Er traute sich nicht zu, etwas zu sagen, ohne dass es so klang, als würde er das Image eines toten Mannes beschmutzen. Denn er hatte erkannt, dass mindestens zwei der Gewehre, die an den Wänden hingen, zur Standardausrüstung gehören sollten. Ab dem nächsten Jahr. Wer auch immer Jeffs Bruder gewesen war, der war kein einfacher Soldat der US-Armee gewesen. Teddy bewegte sich in den Raum zur hinteren Wand. Yes, sagte er. Crawley konnte nicht sehen, was er aus dem Regal hob, aber er wusste, dass es schwer war. Sein Freund trete sich mit einem manischen Lächeln um. Crawley warf einen Blick auf die Panzerfaust und schaute finster drein. Nein. Aber es ist eine verdammte Besucher. Ganz genau, leg sie zurück, Thad, bitte. Crawley gab ihm keine Gelegenheit, die Diskussion zu verlängern und beendete das Gespräch, als er sich abwandte, um einige der Waffen zu inspizieren. Ich glaube, ich habe genau das Richtige für Sie, Sergeant, sagte Jeff. Crawley wandte sich Jeff zu, seiner Neugierde verfallen. Es ist doch nicht wieder ein verdammter Baseballschläger, oder? fragte Teddy. Nein, sagte Jeff und ging zur gegenüberliegenden Wand. Aber es ist eine Wucht. Sie haben meine Aufmerksamkeit, sagte der Soldat und beäugte ihn skeptisch. Jeff drehte sich um und hielt eine matt-schwarze Schrotflinte hoch. Dies ist eine Bretter 1301 halbautomatische taktische Selbstladeflinte, natürlich angepasst. Halter für sechs Patronen, modifizierter Schaft und ein abgesäckter Lauf. Das Gasdrucksystem ist um 36% schneller als bei jeder anderen halbautomatischen Flinte, die Sie je benutzt haben. Durch den abgesägten Lauf ist die Reichweite nicht besonders groß, aber ein Schuss in den Kopf oder den Oberkörper bedeutet den sofortigen Tod. Überall sonst wird ein Körperteil weggesprengt, erklärte Jeff. Was denkst du? Sie ist wunderschön, flüsterte Teddy. Behutsam nahm er Jeff die Waffe aus der Hand und starrte sie ehrfürchtig an, als er sie umdrehte, um sie genauer zu untersuchen. Nicht schlecht, sagte Crawley und nickte ermutigend. Jeff holte aus einer der Kisten zwei weitere aufsteckbare Patronenhalter und warf sie O'Connor zu. Kann ich sie testen? Nein, sagten Jeff und Crawley unisono. Jetzt müssen wir etwas für Sie finden, Captain, sagte Jeff. Ich glaube, das habe ich schon, sagte Crawley. Er stand vor einem Sturmgewehr. Ah, die AR-15, eine ausgezeichnete Wahl. Sie ist vollautomatisch und die 7,62-Millimeter-Munition ist ein echter Knaller. Sie haben ein gutes Auge, aber denken Sie daran, dass die schweren Geschosse die Kontrolle über die Waffe erschweren, wenn sie vollautomatisch schießen. Crawley nickte, als er die Waffe untersuchte. Nun, wenn wir hier fertig sind, wie wäre es, wenn Sie mir helfen, Munition an Ihre Männer zu verteilen? Er beugte sich vor und öffnete zwei der nicht gekennzeichneten Metallkisten, aus denen Hunderte von 5,56-Millimeter-Magazinen mit 30 Schuss zum Vorschein kamen. Man könnte sie einfach reinkommen und sich selbst bedienen lassen, sagte Teddy. Machst du Witze? Ich sollte euch beide umbringen, jetzt, wo ihr meine geheime Waffenkammer gesehen habt. Hier kommt niemand anderes rein. So geheim ist sie nicht. Jeff warf ihm einen bösen Blick zu. Geheim genug, bis ich dich hergebracht habe. Je weniger Leute davon wissen, desto besser. Er hat recht, Teddy. Man weiß nie, was passieren kann, wenn die Dinge aus dem Ruder laufen. Wie würdest du dich fühlen, wenn Radcliffe, einer der wenigen Überlebenden, der kommenden Schlacht wäre und wüsste, wo dieses Versteck ist? Na gut, sagte Teddy nach einem Moment des Nachdenkens. So habe ich es nicht betrachtet. Dabei wurde Crawleys Aufmerksamkeit auf ein paar Revolver gelenkt, die an der Wand hingen. Es waren altmodische, glänzende, 357er-Magnum-Handfeuerwaffen aus rostfreiem Stahl. Das macht ihnen doch nichts aus, oder? Ganz und gar nicht. Diese Babys schlagen ein Loch in jeden noch so dicken Schädel, solange man nicht daneben schießt. Logischerweise. Ach, Crawley schießt nicht daneben, sagte Teddeus und hielt inne, als er die erste der Kisten herauszog. Crawley zog eine der Handfeuerwaffen von der Wand, pfiff und ignorierte die Männer. Call Python. Sechs Zollläufe. Das sind Sammlerstücke. Jeff schnaubte. Nun, jetzt werden Sie nur noch Staub sammeln. Ich mag keine Revolver, aber Sie können sie gerne haben, wenn Sie wollen. Sind Sie sicher? Wenn Sie es im Dirty Harry-Stil machen wollen, gehören Sie ganz Ihnen. Ich habe Glück, Punk, sagte Crawley mit einem Lächeln im Gesicht, als er die Waffe überprüfte. Sie sind in einwandfreiem Zustand. Mein Bruder war ziemlich pedantisch, was seine Waffen angeht. Hier, die werden Sie brauchen, sagte Jeff und reichte ihm eine Schachtel mit Patronen des Kalibers 357. Während Jeff und O'Connor die erste Kiste aus dem Raum trugen, lud Crawley bei der Revolver und steckte sie am Rücken in seinen Gürtel. Er erhöhte die Spannung des Gürtels und übte dann ein paar Mal das Ziehen der Revolver. Als er zufrieden war, steckte er die restliche Munition aus der Kiste in seine rechte Oberschenkeltasche. Crawley und Jeff nahmen die zweite Kiste mit Magazin. Als sie zurückkehrten, fanden sie Teddy mit einer kleinen Kiste Sprengstoff in der Hand. Sein Gürtel war bereits mit fünf Handgranaten bestückt. Teddy! Nur für den Fall, sagte der Sergeant axelzuckend. Crawley knetete sein Stirn und seufzte. Teddy! Lass mich machen, Edward! Edward! Jeff lachte. Halt die Klappe, Jeffrey! Kapitel 10 Crawley ließ sich auf der Fensterbank in jenem Zimmer nieder, das er und Josephine in der vorherigen Nacht geteilt hatten. Stunden zuvor hatte er mit den Zivilisten gesprochen und ihnen den Plan erklärt. Zumindest ihre Rolle darin und die Einwände halten immer noch in seinem Kopf nach. Zu diesem Zeitpunkt war es jedoch schon zu spät, um die Pläne zu ändern. Jetzt, wo er zum ersten Mal seit Tagen mit seinen Gedanken allein war, hatte er das nagende Gefühl, dass er nicht die richtige Entscheidung getroffen hatte und wenn nicht, dann würden die Folgen verheerend sein. Er blickte nicht auf, als Josephine den Raum betrat und sich zu ihm gesellte. Habe ich die richtige Entscheidung getroffen? fragte er. Jeff ist überzeugt davon, dass ich zum Falschen aufgerufen habe. Die meisten Leute denken das auch. Sie sagen es nicht, aber ich bin sicher, dass einige meiner Männer lieber zur Basis gerannt werden. Richtige Entscheidung, falsche Entscheidung, was macht das schon? Crowley sah sie an. Was macht das schon? Heute Nacht könnten Menschen sterben. Ja, das könnten sie, sagte sie, aber egal, wo wir sind, ob hier oder meilenweit weg in dieser Nacht könnten Menschen sterben. Es spielt keine Rolle, ob du die richtige oder falsche Entscheidung getroffen hast. Wer weiß. Vielleicht werden mehr Menschen deswegen sterben, vielleicht weniger. Das kann man nicht sagen. Du musst nur wissen, ob du bereit bist, mit den Konsequenzen zu leben. Crowley wandte sich ab. Sie hatte recht. Jede Entscheidung hatte Folgen, die er nicht vorhersehen konnte. Was ist mit dir? Denkst du, ich hätte den Aufbruch anordnen sollen? Josephine seufzte. Du bist deinem Bauch Gefühl gefolgt, Crowley. Dein Bauchgefühl hat dich in der Vergangenheit sicher von all deinen Einsätzen zurückgebracht, richtig? Wenn du ihm vertraust, dann tue ich das auch. Er nickte langsam. Irgendwie gab ihm das, was sie sagte, die nötige Beruhigung und die Kraft, alles zu bewältigen, was jetzt kam. Danke. Sie nahm für einen Moment seine Hand und drückte sie fest. Crowley sah aus dem Fenster und sie folgte seinem Blick, sah aber nichts. Er schaute also gar nichts an. Wenn Jeff recht hat und die Wölfe das Einzige waren, was die Hunde fernhielt, warum haben sie dann noch nicht angegriffen? Er glaubt, dass sie auf die Nacht warten. Wenn er recht hat, werden wir es bald wissen. Vielleicht hat er sich geirrt und die Nacht wird eher ereignislos, sagte sie mit einem verspielten Ton in der Stimme. Crowley grinste und wollte etwas erwidern, wurde aber durch ein nicht weit entferntes Bellen unterbrochen. Feind im Anmarsch, rief Jeff unnötigerweise die Treppe hinunter. Du hast verschrien, scherzte Crowley. Er lächelte nicht mehr. Scheiße. Du hast meine Gedanken gelesen, sagte er, hob seine M4 auf, die neben seinem Bein lag und spannte sie. Er kam die Treppe hinunter, als seine Männer sich versammelten, alle außer Dustin und Chase, der Tysons Rolle als zweiten Scharfschützen übernommen hatte und oben an den Fenstern postiert waren. Die Hälfte des Trupps stand an der Vordertür, die andere Hälfte an der Hintertür. Sie hatten Nachtsichtgeräte auf und bereiteten sich darauf vor, in die Nacht hinaus zu sprengen. Er gab Josephine einen Ohrstöpsel und wartete darauf, dass sie ihn in ihr Ohr steckte. Du weißt, wie es läuft, Joe. Höre auf meine Befehle und es wird dir nichts passieren. Verstanden, Captain. Die Zivilisten schlossen und verbarrikadierten die Fenster, zu denen sie noch nicht gekommen waren und das Gebell machte ihnen Feuer unterm Hintern, es schnell zu erledigen. Draußen ertönte ein kakophonisches Gebell, als die vierbeinigen Monsterhunde immer näher kamen. Crawley hob eine Hand und gab seinen Männern ein Zeichen, sich zu entfernen, während Jeff mit dem Team an der Vordertür mitging. Bis bald, sagte er zu Josephine und setzte sich in Bewegung. Sie ergriff seinen Arm und zog ihn zu einem Kuss zurück. Komm zurück zu mir, sagte sie. Verlass dich drauf. Wir haben die Ziele im Blick, Captain. Feuer frei, sagte Crawley. Die Geräusche der Schüsse übertönten das Bellen. Ihre Hand rutschte widerwillig von seinem Arm und er folgte seinen Männer nach draußen. An der Tür reichte er Jeff eine Nachtsichtbrille und setzte selbst eine weitere auf. Frau Captain, mein Captain, sagte Jeff. Seien Sie bereit? Nein, ich tue es trotzdem. Sie verrückter Mistkerl. Seine Männer schwärmten aus und bildeten einen Halbkreis etwa 20 Fuß vor dem offenen Vordertor. Die Männer auf der Rückseite, angeführt von O'Connor, taten dasselbe und öffneten das kleinere Tor auf der Rückseite des Grundstücks. Dustin und Chase boten Unterstützung an beiden Fronten, wobei Dustin Crawleys Team und Chase Teddys Team überwachte. Durch das Grün seiner Nachtsichtbrille sah Crawley wie drei Hunde aus dem Wald kamen und auf die Honigfalle zustürmten. Ihre Augen leuchteten übernatürlich. Kaum hatte er seine Waffe erhoben, flogen von links und rechts Kugeln, die die Hunde niederstreckten. Aufgrund der begrenzten Zugangsmöglichkeiten machten die Soldaten mit den Hunden schnell kurzen Prozess und schalteten sie aus, wenn sie versuchten, durch die Tore zu gelangen. Jeff war sofort losgerannt, als sie durch die Tür kam. Crawley hatte nicht gesehen, in welche Richtung er ging, aber er war froh, dass er herumlaufen und helfen konnte, wo immer er gebraucht wurde. An seinem Eingang gab es keine unerbittliche Welle von Hunden und aus Teddys regelmäßigen Berichten wusste er, dass es bei ihm genauso war. Die Angriffe erfolgten nur sporadisch, aber sie reichten aus, um sie zu beschäftigen. Etwa 30 Minuten nach dem ersten Angriff ertönte Crawleys Ohrhörer, als jemand eine Verbindung herstellte. Cap, wir haben ein Problem. Was ist los, Dustin? fragte Crawley. Ich habe gerade viel Treiben an der westlichen Zaunlinie bemerkt. Die Hunde haben sich auf die Stacheln gestürzt, ein Kamikaze-Stil. Es ist verrückt. Das klingt nicht nach schlechten Nachrichten, Dustin. Ja, das dachte ich auch, aber es ist nicht zufällig. Sie schlagen immer und immer wieder an der gleichen Stelle ein. So viele, dass sie die Mauer praktisch in einen verdammten Hügel verwandeln. Wenn das noch lange so weitergeht, können sie hoch genug auf den Hügel der Toten klettern, um einen Sprung über die Mauer zu machen. Mein Gott. Das ist Wahnsinn, Cap. Was denken die sich dabei? Was für ein Hund begeht Selbstmord? Die Schüsse von Stiles und Dragon auf beiden Seiten zwangen Crawley, einen Finger in sein anderes Ohr zu stecken, um Dustin zu hören. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie genau das tun und es ist ein Gedanke dabei, nur nicht der Ehre. Was meinen Sie? Was ist mit der Ostseite, Dustin? unterbrach ihn Crawley. Oh Gott, ja, der Scheiß ist vorbei. Augen auf drei Uhr. Captain, Achtung. Crawley blickte nach links, ein entsetzlich deformierter, schwarz-hellbrauner Hund, ein Dobermann-Pinscher, wie aus einem Horrorfilm, rannte direkt auf ihn zu und nahm mühelos die Kugeln aus Raggans und Stiles' Gewehren auf. Ich muss nachladen, schrie Stiles. Crawley feuerte und seine Schüsse trafen ins Schwarze, alle sieben Schüsse, sechs in die Brust und einen in den Kiefer. Das Monster taumelte, weigerte sich aber, sich fallen zu lassen und beschleunigte. Muss nachladen, if Raggan und Crawley wusste, dass er in den nächsten Sekunden auf sich allein gestellt war. Er legte sein Gewehr ab, griff mit derselben Bewegung hinter seinen Rücken und zog eine der Magnum-Handfeuerwaffen heraus, deren silberner Lauf im Mondlicht glänzte, als er sie hob und ohne nachzudenken feuerte. Die mächtige Handfeuerwaffe ruckte in seiner Hand und der Kopf des 200 Pfund schweren Hundes explodierte, wobei das 357er Hohlspitzgeschoss seine Wirkung voll entfaltete. Der schlaffe Körper des Hundes fiel nur einen halben Meter vor ihm mit Wucht zu Boden. Gebt mir einen Statusbericht, Dustin. Peilung vom Haus aus. Elf Uhr. Eins, zwei, fünf, acht und sieben. Verdammt nochmal, fluchte Crawley. Zählt euch zehn Schritte zurück. Alle zurück. Achtet auf den Zaun. Ihr habt den Lieutenant gehört. Er schaltete die Frequenz auf den Hörer um, den Josephine benutzte. Bring alle nach oben, Joe, sofort. Bin schon dabei, sagte sie. Trotz der Tatsache, dass es buchstäblich Hunde regnete, lächelte Crawley beim Klang ihrer Stimme. Er wartete, bis die Männer in seinem Blickfeld den Rückzug antraten, bevor er selbst in Deckung ging. Als vier Hunde durch die Tore kamen und zwei weitere über die Mauern sprangen. Glücklicherweise waren diese Hunde viel kleiner, fast schon normal und er tötete sie mit durchschnittlich zwei Schüssen pro Tier. Ah, der Mann am Boden, der Mann am Boden, schrie Thompson von der westlichen Seite. Anderson ist am Boden. Ich bin auf dem Weg, sagte Jeff. Er kam scheinbar aus dem Nichts. Warte. Crawley hielt inne und sah mit großen Augen zu, wie die Hunde in Zweier- und Dreiergruppen über das Gelände herfielen. Ich wette, du überlegst dir das gerade noch mal mit der Bazooka, Crawley, zischte O'Connors Stimme über den Funkkanal. Seine Worte wurden durch den Knall seiner Schrotflinte untermalt. Halt die Klappe, Thaddeus, sagte Crawley krimmig. Panzerfäuste wären in dieser Situation nutzlos. Diesmal sprach er zu allen und hob seine Stimme um eine Oktave an. Formation ändern, Tötungskreis, Zweiergruppen, umzingelt das Haus, aber bleibt zusammen und haltet euch gegenseitig den Rücken frei. Wie eine gut eingespielte Einheit gingen seine Männer schnell in Stellung. Die Kakophonie der Schüsse ging weiter, das heiße Blei erleuchtete die Nacht, aber die Hunde kamen weiter. Crawley, wir befinden uns in einer sehr gefährlichen Lage, sagte Thaddeus über das Funkgerät. Wir brauchen mehr Augen. Crawley hatte das Gleiche gedacht. Stiles, Coleman, geht ins Haus, geht zu den Fenstern, sagte Crawley. Aber Sir, Sie brauchen uns, begann Stiles zu protestieren. Das war ein berechtigter Einwand. Die Mitglieder ihrer Gruppe waren ohnehin schon in der Unterzahl, aber Crawley wusste, dass sie die Hunde besser zur Strecke bringen konnten, wenn sie über den Zaun sehen konnten, was durch die Fenster im Obergeschoss möglich war. Das ist ein Befehl, Jungs, haut ab, sagte Crawley. Der Rest von euch geht noch zehn Schritte zurück, schließt den Kreis. Uns geht der Raum für einen Rückzug aus, Käpt'n. Macht, dass ihr hinkommt, ich werde euch Deckung geben bei eurem Rückzug. Er blickte nach links, wo Regan und ein anderer Soldat standen. Jungs, sagte er. Sie verstanden sofort und traten einen eiligen Rückzug an, während sie gingen, ließ er sein Gewehr am Riemen baumeln und zog beide Marknums. Die nächsten beiden Hunde, die auf ihn zustürmten, waren groß genug, um Pferde zu erledigen. Er bewegte beide Hände und schoss aus jeder Waffe einmal. Die Hunde fielen und blieben liegen, das Hirn sickerte aus ihren Schädeln. Drei weitere kamen durch die Tore, die Hohlspitzen töteten sie auf der Stelle. Es war in der Zeit, das verdammte Tor zu schließen. Ihre Bemühungen, das Eintrittsmuster zu kontrollieren, war eindeutig gescheitert. Er sprintete die Einfahrt hinunter, steckte die Waffen wieder in seinen Gürtel und drückte mit der Schulter gegen das schwere Tor, um es zu schließen. Er hatte es fast geschafft, als das, was vielleicht einmal ein afghanischer Windhund gewesen war, in den Spalt stieß. Das Tor wackelte, hielt den Hund aber an den Schultern fest. Crawley drückte noch fester zu, selbst als der missgebildete Hund seinen langen Kopf in seine Richtung schwang und seine unnatürlich langen Reißzähne nur wenige Zentimeter vor seinem Gesicht zuschnappten. Ein Blick über die Schulter verriet ihm, dass seine Männer nun viel näher an der Hütte in Stellung gegangen waren. Crawley, der das Tor immer noch gegen das zappelnde, knirschende Ungetüm hielt, stemmte sich noch mehr mit der Schulter dagegen und griff nach einer Magnum. Das Hohlspitzgeschoss sprengte den langen Kopf des tollwürdigen Hundes sauber ab und Crawley ließ das Tor lange genug los, um den kopflosen Körper auf den Boden gleiten zu lassen. Mit einem kräftigen Tritt stieß er ihn wieder nach außen und schlug das Tor zu, wobei er die Kette um den Metallpfosten schlang, um sicher zu gehen, dass es so blieb. Er rannte zurück zum Haus und forderte alle Männer bis auf zwei auf, sich aufzuteilen und zu den östlichen und westlichen Durchbrüchen zu gehen. Mit seinem Gewehr in der Hand rannte Crawley um das Gebäude herum und schoss Hunde ab, sobald er ihnen begegnete. Seine Treffsicherheit lag bei 100 Prozent. Und das eine Mal, als er einen Hund nicht traf, erwischte er die Kreatur am Oberschenkel und machte sie so praktisch unschädlich. Jemand hinter ihm beendete die Aufgabe mit einem Schuss in den Kopf, bevor er es tun musste. Als er wieder nachladen musste, war er schon ganz hinter dem Haus und neben Thaddeus. Sergeant, Crawley nickte, Captain, auch Jeff erschien. Meine Herren, sagte er, wo sind wir? In der Hölle, in der Hölle, wir waren in der Hölle, sagte Teddy. Was gibt es Neues von Anderson? Tot, sagte Jeff, ohne den Schlag abzufedern. Weitere Hunde kamen durch das hintere Tor und sowohl auf der Ost- als auch auf der Westseite ertönte schweres Geschützfeuer. Wir werden gleich überrannt, sagte Crawley. Warum brauchen die Jungs so verdammt lange? Automatische Schüsse von oben unterbrachen ihn. Und was noch wichtiger war, es unterbrach auch den Ansturm der Hunde. Pünktlich wie immer, Stiles, sagte er in den Funkkanal. Ich mag es, einen Auftritt zu haben. Machen Sie weiter so. Crawley zog seine Revolver wieder heraus und lud schnell nach. Ich gehe nach Osten. Jeff, Sie gehen nach Westen. Teddy, sieh zu, dass du das Tor schließen kannst. Verstanden, sagte Connor, als Crawley davonlief. Der Käpt'n hatte gerade die Ecke der Hütte erreicht, als einer der Soldaten, denen er zu Hilfe eilte, schrie, Durchbruch! Er sah gerade noch rechtzeitig, wie eine dunkle Gestalt in einem der größeren Fenster im Erdgeschoss verschwand, zu spät, um sie aufzuhalten, aber nicht zu spät, um sie als einen der Lieutenants des Alphas zu erkennen. Josephine! Das Ende von Folge 1. Sie haben Alpharol, Buch 2 der tollwürdigen Staaten, geschrieben von Scott Madbury, gesprochen von Kai Povallak. Danke fürs Zuhören. – – Untertitelung des ZDF, 2020